Ich habe da ein ganz mieses Gefühl, denn das hier könnte die finale und wichtigste Folgen- und Serienbesprechung zu Ahsoka sein, in der wir die Folge 7 kurz besprechen werden, bewerten werden, Folge 8 sowieso das große Finale und dann auch nochmal die gesamte Serie. Wir, das sind heute Marius, hallo, schön, dass du da bist, und ich. Marius gibt uns heute seinen Blick als Oldschool-Star-Wars-Fan, der auch mit Clone Wars und Rebels nicht so bewandert ist. Und ich bin dann das Gegenstück dazu. Ich habe Clone Wars und Rebels gesehen und geliebt. Und ja, lasst uns doch reingehen. Ich habe richtig Bock drauf heute. Es sind nämlich ein paar interessante Folgen mit vielen kleinen versteckten Botschaften. Die Spoiler-Warnung spar ich mir dieses Mal, das ist natürlich alles klar. Wir haben viel zu besprechen heute. Wir haben uns wirklich als Folge 5 kam einen tollen Zeitpunkt gesucht, um nur noch alle zwei Folgen zu besprechen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, die Serie hat aber auch leider nicht so ganz das Interesse unserer Community geweckt, hatte ich das Gefühl. Also bei ein paar Leuten sehr extrem, was mich sehr gefreut hat. Und ich mag es auch sehr, hier über Ahsoka sprechen zu können und zu sprechen. Ja, aber es war auch weit entfernt von den Zahlen, die wir zum Beispiel sonst mit den House of the Dragon-Folgenbesprechungen beispielsweise erreichen. Ich glaube, da ist auch eine kleine Ermüdung, was Star Wars angeht, weil Mandalorian die letzte Staffel hat auch nicht jeden begeistert. Mich nicht. Und Andor fand ich bisher die beste Serie, lief aber auch so ein bisschen unter dem Radar tatsächlich. Also das hat auch nicht so viel abholt, weil es auch ein bisschen was anderes war. Und Ahsoka hat, glaube ich, dann nochmal das Ding, also wenn du jetzt Clone Wars und Rebels nicht gesehen hast, also das bin ich. Und ich habe mir, um es schon mal vorwegzunehmen, ein bisschen einfacheren Einstieg erwartet, weil natürlich kann ich Ahsoka, ich habe den Clone Wars Film gesehen, den ersten, und natürlich kann ich Ahsoka dann aus den Mandalorian folgen und habe gedacht, okay, wir gucken jetzt, was Ahsoka so macht. Aber es ist ja quasi die finale Staffel von Clone Wars. Nee, es ist quasi Staffel 5 von Rebels. Genau, genau. Es setzt an Rebels an und führt die Handlung fort. Deswegen, so ein paar Figuren waren wir natürlich neu. Ich meine, dir wird Sabine Wren so hingeworfen, hier in Nimsel. Ja, das ist so, ja, ich glaube, die soll eigentlich sehr cool sein. Ich habe natürlich ein paar Sachen gehört, nachgelesen, sowas. Und ich finde, das hat man hier nicht so gemerkt. Ihre künstlerische Seite kommt ein bisschen zu kurz, ihr Humor. Ich persönlich, dazu kommen wir noch im Fazit. Übrigens, wenn ihr euch nur für das Fazit zur Serie interessiert, wir haben auch Timecodes, dann könnt ihr gerne zu den jeweiligen Punkten springen, da sind wir euch überhaupt nicht böse. Also, ja, ich finde auch tatsächlich, die Schauspielerin von Sabine ist auch nochmal so ein Thema, das wir sehr genau besprechen müssen, was so meiner Meinung nach hölzernes Schauspiel angeht. Aber wie sehr überrascht es dich dann, wenn du sowas siehst wie Weltraumwale, die durch verschiedene Galaxien reisen? Ich habe davon natürlich schon gehört und in Mandalorian sieht man ja auch ein bisschen was und dann fragten sie, hä, was sieht Grogu da gerade? Ja. Ähm, ja, es ist ein ganz komplett neuer Aspekt. Es wird so ein bisschen weirder durch Star Wars, also es nimmt dem Ganzen so ein bisschen so ein bisschen die Sci-Fi-Ecke von Star Wars ein bisschen weg. Es ist schon sehr märchenhaft. Aber ich finde es jetzt nicht fehl am Platz und sowas, auch mit Magie, das ist so ein bisschen ähnlich, würde ich das vergleichen mit dem MCU, wo du erst Mutationen hast und, 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 und Leute, die sich was bauen und dann kommt auf einmal auch noch Magie dazu. Ja. Und, ah, es passt das jetzt noch mit Doctor Strange und sowas, ah, es passt schon irgendwie. Es gibt so einen Konterpart dem Ganzen, ähm, zur Macht, beziehungsweise ist ja auch alles verwoben miteinander. Ist schon interessant, aber es ist viel, es ist viel. Es ist ja quasi die Hypergeschichte, die irgendwie alle anderen Geschichten schafft, in sich zu vereinen. Ich meine, das können viele Franchises auch von sich behaupten, ja auch sowas wie Game of Thrones. Jetzt gibt es quasi, das ist nicht neu, das gab es auch in Clone Wars, aber jetzt gibt es auch noch so richtig für die breite Masse auch noch Zombies in Star Wars. Und es werden so sehr viele unterschiedliche Geschichten und Tropes einfach in Star Wars irgendwie auf verschiedenste Weisen kombiniert. Aber ja, lasst uns doch einfach reingehen. Ich habe noch ein paar wichtige Sachen, ein paar Richtigstellungen und Kommentare aus der letzten Folgenbesprechung vor zwei Wochen mit Jonas und Lenny, die übrigens beide gerade im Urlaub sind. Das ist nur zur Info. Also wir hätten auch gerne irgendwie zu dritt oder sogar zu viert diese Folgenbesprechung gemacht, ist aber leider nicht möglich. Das hat uns Disney auch so ein bisschen damit verbockt, dass sie die ersten zwei Folgen gleichzeitig veröffentlicht haben. Wir dachten, das Finale kommt eine Woche später. Nun ja, so ist es. Ja, Jonas hat mich gebeten klarzustellen, dass die Bauwerke auf dem Planeten Arkana, also aus Folge 1, und die Bauwerke auf Citos, wohl von den Zeffo gebaut wurden. Das nur zur Info aus den Jedi-Spielen zum Beispiel, da kennt man ja die Zeffo her. Außerdem hat Battletweety8819 geschrieben, Ahsoka musste in der Welt zwischen den Welten lernen, dass Anakin schon immer auch Darth Vader in sich hatte und sie sich nicht die Schuld daran geben soll, dass er so geworden ist, um dann endlich unbelastet ihr Leben weiterzuführen. Also zu leben und nicht nur zu überleben. Schuld waren ja auch die Tasken. Ja, aber genau, also ich sag gleich auch nochmal ganz kurz meine Meinung zu Folge 5 und 6, die ich übrigens, also gerade Folge 5 fand ich wirklich sehr, sehr gut. Dazu kommen wir gleich. Fdm698 schreibt, kurze Korrektur und eine anschließende Theorie. Anakin hatte seine Zukunftsvision, in der er sich als Darth Vader gesehen hat, nicht auf Mustafa, sondern auf Mortis. Danke für die Korrektur. Mortis wird heute noch eine riesige Rolle spielen. Dazu komme ich gleich noch, da werde ich heute sehr viel drüber sprechen. Und ich freue mich tierisch drauf, weil ich mag Mortis sehr. Nick Stoiber hat geschrieben, die Folge hat eine meiner Lieblings-Novelties aus Japan mit Star Wars verbunden. Das sogenannte Kintsugi, das man an den Rüstungen von Franz Suppen, Suppen, Truppen sehen konnte. Das ist der Vorgang, beispielsweise zerbrochenes Geschirr wieder zusammenzufügen. Ja. Ja, das ist das. Also statt eines normalen Klebstoffs werden die Bruchstücke mit vergoldetem Kleber wieder zusammengefügt. Wenn ich es recht im Kopf habe, steht dies für die Würdigung der Imperfektion. Und, das passt ja auch sehr gut zu der Folge 8, in der auch Totes wieder auferweckt wird. Was natürlich auch zu diesem irgendwie zu diesem Kintsugi, irgendwie passt das poetisch zusammen. Die Ehrung des toten Körpers. Ja. Und der letzte Kommentar von Kurisu48. Franz Stormtrooper werden in den Untertiteln als Nighttrooper bezeichnet, zusammen mit den Roten. Wobei, mir fällt gerade auf, wir werden sehr genau auf diesen Kommentar eingehen. Noch. Ich, ähm, lassen wir den mal außen vor. Also langsam wird die Fülle an Bezeichnungen für verschiedene Sturmtruppen schon ein bisschen absurd. Man muss sehr genau aufpassen, wenn man jetzt hier die ganzen Lore vermischt, beziehungsweise was ist Legends, was ist aktuell. Was ist da passiert? Also, es wird sehr verwirrend. Vielleicht verwechseln wir auch heute was. Wie so ein Robot-Chicken-Sketch oder irgendwie so ein Einspieler aus Family Guy, in dem irgendwie die Autoren wirklich zwei fieberhaft versuchen, welches Wort haben wir noch nicht mit Trooper gekreuzt? Der Super-Trooper. What about the Super-Trooper? Nein, das ist ein Aber-Song. Super-Trooper. Ja, das kommt noch. So was, genau. Ja, aber ganz kurz, wie ich die beiden Folgen 5 und 6 fand, weil das in den Kommentaren gerade der Top-Comment war, der das gefragt hatte. Ich mach das hier natürlich nur extrem kurz. Ich fand Folge 5 extrem spannend und außergewöhnlich und sauschön und hab viel Spaß damit gehabt. Auch Folge 6 hat mir großen Spaß gemacht, auch wenn so ein paar Erzähl-Klischees dabei sind. Ich find's zum Beispiel auch, also die Noti, die Wesen, mit denen Ezra gelebt hat. Die Turtle Ewoks. Die Turtle Ewoks. Mich erinnern sie an die Haarfüße aus Ringe der Macht. Ich weiß, du aus Ringe der Macht nicht gesehen. Das ist quasi derselbe Trope. Aber fandst du die, weil die Haarfüße werden ja sehr kritisch aufgenommen. Ich fand sie die Haarfüße, ja. Aber die Noti auch? Nee, nicht ganz so schön. Ich mag die Notis. Ja, ich mag sie auch nicht. Nee, ich mag die. Ich mag die, ich find die ganz cute. Ja. Aber sehr Ewokig. Also es ist halt so Star Wars immer mit den armen, kleinen, süßen Figuren, die eigentlich ganz friedlich sind. Mhm. Ja. Wie gesagt, Hyper-Story oder wie auch man es nennen möchte. Das Aufeinandertreffen von Ezra und Sabina hatte bei mir großen emotionalen Effekt. Ich bin extrem begeistert von Aidan Christensen's Performance allgemein in dieser Serie. Das ist wirklich so eine schöne Geschichte, auch hinter der Kamera. Ich find diese Serie so viel besser als sowas wie Boba Fett, die ich als schlechteste Star Wars Serie überhaupt bezeichnen würde. Und auch Kenobi, davon war ich ja auch nicht so begeistert. Wir haben ja Folgengesprächungen gemacht. Und das hier ist für mich auf jeden Fall drüber. Zeigt mir nur bitte nie wieder Ahsoka ohne Stirnband. Das war komisch. Das wird mich in meinen Albträumen verfolgen. Das fand ich so weird. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hab so richtig, ich hab eine Gänsehaut, eine negative, eine unangenehme Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe. Das ist komisch, ne? Ja, das war ganz komisch. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, ich weiß nicht, das war so ein O.C., das war so ein Zwang, meinen Finger genau in diese Grenze zu legen, wo halt irgendwie Stirn zu Fleisch zopfen wird. Ich weiß gar nicht, ob's ihre Art irgendwie schon mal auch ohne so Stirnschmuck zu sehen ist. Ich hab mich grad gefragt, ob die so in der Maske gedacht haben, wie machen wir das? Ist da irgendwie ein Muster? Ist das ein glatter Übergang? Ist das so ein Fade? Ich hoffe, es gab diese Diskussion mit Dave Filoni, so die Maskenbildner oder Bildnerinnen mit Dave Filoni. Wie würde das aussehen? Ja, aber ja, gute Frage. Und, mich hat's sehr überrascht, ich hab das die ganzen Folgen, die ersten Folgen missverstanden, ich dachte, das Auge von Sian wäre so ein katapultartiges Tor, durch das man geschleudert wird. Ach so, nee. Ich dachte, als das Ding plötzlich selber losgefahren hat, ach so. Du siehst es ja in Klein, auch in der Prequel-Trilogie, wenn Obi-Wan dockt ja auch an so ein Ding an mit seinem kleinen Raumgleiter, weil die kleinen Raumgleiter haben ja keinen Hyperraumantrieb. Und damit kann er dann halt in den Raum springen. Ja, hab ich gedacht, ja. Also ähnliche Undock-Manöver, vorwegzugreifen, bei den kleinen geht das relativ schnell. Und ich hab mich gefragt, warum braucht dieser Sternenzerstörer so fucking langsam. Aber da kommen wir später zu. Da kommen wir später zu. Ja, aber da gibt's so ein paar Sachen so, damit der Plot funktioniert. Ja, aber ich hatte viele Fragen fürs Ende, lass uns doch in Folge 7 rein starten. Wo bleibt Sepp, wo bleibt Agent Kallus, kommt er nochmal vor. Haben die Sepp jetzt wirklich nur kreiert für ein 30-sekündiges Cameo in The Mandalorian Staffel 3? Wird's mal wieder ein bisschen mehr von Chopper zu sehen geben? Oder von Jason Syndulla werden noch neue Figuren auftauchen? Was ist der Plan von Balin Skull? Was hat er eigentlich? Und kriegt Captain Enoch die Captain Phasma-Behandlung? Das waren alles so Fragen, die ich mir persönlich gestellt hatte. Ja, zwischen Traum und Wahn heißt diese Folge 7. So beschreibt Balin ja auch das antike Zuhause der Nachtschwestern. Dreams and Madness. Bitte? Dreams and Madness im Augenblick. Dreams and Madness, genau. Regie geführt hat Gita Vasant Patel. Das ist eine Fernsehregisseurin. Mir kam der Name bekannt vor und ich hab das nochmal nachgeguckt. Ja, sie hat in House of the Dragon Regie geführt, daher kenn ich sie. In der Folge Der Lord der Gezeiten. Das ist die Folge mit diesem, als die Schwarzen und Grünen dieses Festessen haben am Ende gemeinsam. Eine sehr gute Folge, wie ich finde. Ja. Und das Drehbuch stammt von Dave Filoni. Von wem sonst? Kurzer Recap auch, wo wir sind. Wir sind in einer anderen Galaxie. Wir sind genauer gesagt auf dem Planeten Peridia. Fraun versucht zurückzureisen. Balin und Shinati versuchen derweil Sabine und Ezra zu killen. Sabine und Ezra sind mittlerweile vereint und leben bei den Noti quasi. Ahsoka und Ho-Yang suchen die beiden. Und währenddessen wird Hera von Monmotma vors Gericht gerufen. Denn sie hat ja diese Flotte gebildet und ist nach Citos gereist. Und diese zwei X-Wing-Piloten sind gestorben, um die sich nie wieder jemand gekümmert hat. Die kriegen nicht mal eine Auszeichnung. Bei Fraun wäre das anders gelaufen. Genau, Fraun hätte sie wenigstens ausgezeichnet. Bevor wir jetzt loslegen. Ich hab eben schon kurz losgelegt. Wir mussten grad schneiden. Und bevor wir jetzt loslegen, kurzer Hinweis, wir gehen jetzt einmal wirklich grob durch die Handlung durch. Und dann sprechen wir über die interessantesten Punkte und versuchen da so ein bisschen was hinein zu interpretieren. Und was man da so an versteckten Botschaften vielleicht sehen kann. Und ja, und dann bewerten wir die Folge. Klingt nach einem Plan. Tun wir es. Wir starten vor Gericht. Hera wird von Senator Xiono angefeindet. Monmotma will ihr helfen, aber ihre Hände sind natürlich gebunden. Hera soll vor ein Militärgericht wegen Missachtung eines direkten Befehls. Und ich hatte das Gefühl, Xiono wäre lieber in etwas geerdeterem, wie zum Beispiel Andor. Und dann erscheint die Deus Ex Machina. So hab ich dieses Kapitel mal genannt. Denn eine Maschine erscheint. Ein Druid namens C-3PO. Vielleicht kennt ihn ja irgendjemand. Irgendwer sollt ihn kennen, ja. Er vertritt Senatorin Leia Organa, die Vorsitzende des Verteidigungsrates. C-3PO spielt ein Datentranskript ab. Leia habe Hera die Anweisung gegeben, so zu handeln. Und Xiono, Senator Xiono ist entsetzt. Er beleidigt den Druiden. Und Chopper ist bereit, ein Massaker im Gerichtssaal zu begehen. Und Monmotma sagt noch, das scheint diesen Konflikt beizulegen. So einfach kann es sein, im Drehbuch schreiben. Ja gut, sie sagt es zumindest. Ja, schauen wir mal, ob das auch wirklich so ist. Dann sehen wir Ahsoka. Sie reist noch immer im Pergil in die andere Galaxie. Es hat über zehn Jahre gedauert. Will ich nur mal kurz anmerken. Auf dieselbe Weise, nach Peridea zu Ezra zu reisen, wie Ezra nach Peridea gelangt ist. Egal. Ahsoka trainiert auf ihrem Schiff und hört alte Aufnahmen von Anakin, in denen er sie schult. Ich dachte mir, sie sagt ja, es gibt so mindestens 20 davon. Ich hoffe, dass es noch 19 weitere wirklich gedreht wurden und man die vielleicht irgendwann mal auf YouTube oder so hochlädt. Das wäre schön, ja. Das wäre schon sehr cool, oder? Und wichtig ist, es ist das Letzte, was er aufgenommen hat. Ja. Also das letzte Mal, dass er mit ihr so in dieser Funktion Meister Padawan kommuniziert. Genau, absolut. Total süß, wie Ahsoka immer noch so großen Respekt vor ihrem Meister hat. In Rabbids passiert das übrigens auch schon. Da guckt sie auch schon eine Holo-Aufnahme gemeinsam. Also da kommt Ezra durch die Tür und dann ist sie dabei, so eine kleinere Holo-Aufnahme von Anakin zu gucken. Und Anakin benennt in dieser Aufnahme, also in dieser Folge, mögliche Gegner und er spricht unter anderem, klar, General Grievous, aber auch Asajj Ventress. Kam dir der Name bekannt vor? Ich hab sie schon mal gehört, ja. Ich glaube, eine tragische Figur. Eine meiner Lieblingsfiguren aus Clone Wars. War Padawan von Doku, glaube ich. Und hat auch gegen Doku kämpft. Ja, es ist eine lange Geschichte. Ich würde gleich, wenn wir mit der Handlung durchsuchen, wenn du möchtest, kann ich so diesen Recap geben, wer Asajj Ventress ist. Weil wie gesagt, es ist wirklich, lass mich da abnerden, ich hab da extrem Bock drauf, das ist eine meiner Lieblingsfiguren aus Clone Wars. So wie ich in Rabbids Agent Callous liebe, ist Asajj Ventress auch von mir echt so ein Favorite in Clone Wars. Ähm, ja, und Ahsoka und Huyang gelangen, gelangen, und nochmal, Ahsoka und Huyang gelangen wirklich in diese neue Galaxie, müssen aber erst mal durch ein clever gelegtes Minenfeld und sich gegen einige Jäger behaupten. Thrawn wird derweil berichtet, dass Ahsoka auf dem Weg ist. Er sitzt auf der Chimera, Chimera, auf seinem Sternzerstörer. Und er findet heraus, dass Anakin ihr Lehrer war. Was ihn sichtlich beeindruckt. Ich liebe dieses subtile Schauspiel in dieser sehr disziplinierten Mimik von Thrawn. Ich mag das. Ja. Genau, aber dazu später auch gerne noch mehr. Aber statt weitere Jäger nach ihr zu senden, lässt er sie ziehen, um zu lernen, wie sie tickt. Und die beiden landen tatsächlich auf Paridea, und Huyang scannt erst mal den Planeten. Ezra und Sabine chillen derweil, während sie mit den Noti über den Planeten reisen. Ich dachte mir so, okay, das war jetzt Sabines Plan. Ezra finden und dann so ein bisschen chillen. Ja, sie wirkt echt ein bisschen planlos. Gerade so, ähm, ja, ich hab das irgendwie durchgezogen, war vielleicht nicht ganz durchdacht. Das kommt ja später, sagt sie. Ich hab auch das Gefühl, sie verrät ihm nicht mal, was sie getan hat, um auf diesen Planeten zu kommen. Also das wäre ja ein interessanter Konflikt gewesen, dass auch Ezra mal erfährt, was Sabine da gemacht hat, bei Balin und Shin, um halt, ne, dass sie diesen Deal eingegangen ist, um da hinzukommen. Und das wäre ja ein interessanter Dialog gewesen, der wird ja aber einfach nicht thematisiert. Das fand ich sehr schade. Ja, und auch ein bisschen nervig, dieses, boah, Sabine kommt, find ich, wird halt nicht so gut eingeführt in dieser Live-Action-Serie. So, oh Gott, bockiges Kind, jetzt sag doch mal. Es ist so, sie wirkt ja echt wie so ein Teenager, der so die ganzen Teenager-Probleme mitbringt. Ja, das entspricht allerdings auch so ein bisschen ihrem Naturell in Rebels, würde ich argumentieren. Da haben wir an die positiven Sachen nichts getroffen. Ja, die vielen positiven Seiten von ihr kommen leider auch wirklich zu kurz in der Serie, finde ich. So ihre künstlerische Ader zum Beispiel kommt hier eigentlich gar nicht vor. Gar nicht, nee. Ja, fand ich wirklich sehr schade, aber das ist ein anderes Thema. Ezra erfährt trotzdem, was alles in der Zwischenzeit passiert ist und es gibt einen klaren Seitenhieb auf die Sequels. Der Imperator ist gestorben, sagt Ezra. Und sie sagt, so sagt man. Ja. Da hat wirklich nur noch das Augenzwinkern in Richtung Kamera gefehlt. Oder Sabine ist wirklich Verschwörungsschwurblerin und er ist gar nicht tot, wer weiß. Ezra fasst eigentlich dann die Handlung nochmal grob zusammen, was da alles passiert. Und auch Sepp wird kurz erwähnt. Ja, ich finde aber auch gerade hier fällt wirklich nochmal auf, wie gut Ezra eigentlich gespielt ist, wie fantastisch dieser Darsteller ist, der für ihn gecastet wurde. Also für mich hat der perfekt funktioniert in jeglicher Hinsicht. Und wie hölzern ich im Vergleich Sabine finde. Also das finde ich wirklich schade. Ich finde, der hat auch so eine gewisse Aura. Also sobald er halt da steht, wenn er das erste Mal sieht und für Leute, die jetzt Clone Wars und sowas nicht gesehen haben, ist er so, who the fuck ist Ezra und warum wollen alle zu dem? Ja. Und dann steht er da, er ist einfach ein sympathischer Lutzer. Also finde ich so, das ist cool. Ja, auf jeden Fall. Bailen, Skull und Shin-Harty finden Sabine und Ezra und ein Kampf deutet sich an. Aber wir gehen erstmal zurück auf den Sternzerstörer. Thrawn ruft drei datomirische Hexen, die großen Mütter. Gleich mehr zu ihnen, denn die drei haben übrigens lustigerweise auch Namen. Dazu kommen wir noch. Sie haben mittlerweile mit Thrawn ein Bündnis geschlossen und arbeiten mit ihm zusammen. Und ja, es ist eigentlich relativ klar, dass Peridia einmal eine, ja so quasi die Heimat der Nachtschwestern war. Das wird ja mehrmals angedeutet. Und ja, die großen Mütter helfen Thrawn dabei, Ahsokas Position zu orten und Thrawn entsendet Captain Enoch. Sabine bekommt plötzlich auf ihr, ich nenne es mal auf dieser Sci-Fi-Kutsche, bekommt sie eine Freundschaftsanfrage per Macht von Ahsoka. Aber sie checkt nicht so ganz, wer anruft. Ja. Ein bekannter Teilnehmer. Sie wird, wie hieß das nochmal, gegruschelt. Das ist jetzt sehr Boomer. Das war irgendeine uralte Seite, auf der man jemanden gruscheln konnte. Ja, grüßen und kuscheln. Ja. Und es wird halt doch relativ klar, Sabine ist vielleicht doch machtsensibel, oder wie das mit der Macht das auf sich hat. Dazu können wir ja gleich auf jeden Fall nochmal genauer sprechen. Das ist ein Riesenthema. Und ja, vielleicht hat sie aber auch einfach nur ein besonderes Band mit Ahsoka. Wer weiß. Und ja, Sabine und Ezra treffen dann auf Shin-Harty, denn Balen Skull lässt sie einfach allein los. Da fragt man sich, was ist sein Plan? Denn selbst Thrawn wundert sich ja später darüber, dass Balen Shin-Harty einfach so losgeschickt hat. Und ich dachte mir so, Shin ist schon zweimal daran gescheitert, Sabine alleine umzunieten. Und jetzt soll sie das schaffen, während Ezra noch dabei ist. Willst du doch gegen Plot-Armor machen. Ja, Plot-Armor ist ein riesiges Thema. Auch das werde ich auch noch in meiner Bewertung erwähnen. Shin hat aber immerhin dieses Mal Plünderer dabei. Und zwei Kanonenboote mit Knight-Troopern rücken aus. Wo ich mich auch gefragt habe, warum nur zwei? Warum kein Airstrike? Warum nicht dieses? Warum nicht jenes? Weil Airstrikes nicht treffen. Dazu auch später. Dazu auch später. Oh mein Gott, ja. Plot-Armor ist wirklich ein großes Thema. Die Noti benutzen zum Kämpfen Steinschleudern, was ich sehr cool fand. E-Log-Style, ja, ein bisschen. Ja, aber auch Ezra ist in Rebels, also bevor er die Ausbildung bei Kanan Jarrus und so weiter beginnt, also Steinschleudern sind so seine Waffe. Und das deutet halt darauf hin, dass Ezra ihnen denen das beigebracht hat. Was halt, finde ich, ein sehr cooles, narratives Element war. Die Plünderer greifen dann die Noti an, die Haarfüße, die Noti verstecken sich. Das war gerade nicht mehr Absicht. Die verstecken sich in ihren Fahrzeugen. Ich fragte mich, woher kriegen die Fahrzeuge eigentlich die Energie? Das ist auch so ein Thema, das ich mich immer wieder frage bei Star Wars, aber es ist völliger Bullshit. Manchmal muss getankt werden, manchmal nicht. Genau. Ezra und Sabine machen gemeinsam die Plünderer platt und Ezra weigert sich, ein Lichtschwert anzunehmen. Er hat so lange ohne Lichtschwert trainiert, er sagt, die Macht ist sein Verbündeter, auch wenn er dann direkt später den Blaster ... Er schnappt sich ein paar Minuten später im Blaster. Er hat viel Push-Ups geübt und kann Machtschubserei. Ja, Machtschubsen ist er wirklich sehr gut drin. Und dann entbrennt ein Kampf zwischen Shin und Ezra. Währenddessen landen die beiden Truppen von Thrawn und Ezra und Sabine sind umzingelt und stecken in einer Zwickmühle. Derweil kommt es zum Duell der Meister. Ahsoka stößt nämlich auf Balen Skull. Und es ist wieder mal eine sehr krasse Samurai-Film-Akira-Kurosawa-Atmosphäre, wie ich finde. Und der Kampf endet damit, dass ... Akira Kurosawa ist nicht der einzige, der Samurai-Filme gemacht hat. Der Kampf endet damit, dass Hu Yang Balen vom Raumschiff aus abschießt. Und das reicht, dieses Ablenkungsmanöver, damit Ahsoka fliehen kann. Und sie kommt nämlich ... Sie klaut ihm sogar noch die Pferderatte. Bitte? Sie klaut ihm ja sogar noch die Pferderatte. Das ist ja sein Reittier. Ah ja, genau, den Hauler, ja. Ahsoka kommt gerade noch rechtzeitig. Sie können gemeinsam die Nighttrooper töten. Also Ahsoka hilft Sabine und Ezra. Und Ezra, der, wie gesagt, eben noch den Blaster abgelehnt hat, nimmt jetzt den Blaster und ballert alle um. Fand ich auch sehr lustig. Lange Rede, kurzer Sinn. Thrawn ruft die Kanonenboote zurück. Der Verladeprozess des Cargos, das sei jetzt abgeschlossen. Und bald könne man diesen gottverdammten Ort wieder verlassen. Da fragt man sich natürlich, was zur Hölle transportiert er da? Dazu kommen wir aber gleich. Da habe ich nämlich ziemlich sicher eine Antwort drauf. Ahsoka habe nur kostbare Zeit verschwendet. Shin flieht von den anderen. Sabine will hinterher, aber Ahsoka hält sie auf. Ich habe mich auch gefragt, warum? Lass sie doch hinterherlaufen. Aber vielleicht will Ahsoka ja ... Vielleicht sieht sie in Shin ja doch irgendwie den ... Vielleicht wird sie ja doch von der gefallenen Jedi zur wiederauferstandenen Jedi. Ja, aber vielleicht hat sie die Befürchtung, das wird ja auch noch geäußert, dass Sabine halt hinterherläuft, um die fertig zu machen. Und sie will halt nicht, dass Sabine halt ... Zur dunklen Seite der Macht. Genau, zur dunklen Seite wechselt. Und gefährliches Potenzial hat sie anscheinend. Aber wer weiß, vielleicht ist ja auch ... Also das ist ja was für Staffel 2. Vielleicht kriegt Shin ja auch noch eine extrem gute Figurenentwicklung hin zur hellen Seite der Macht. Generell eine Entwicklung, ganz gut. Die ist ja sehr beliebt. Im Netz ist die ja sehr beliebt. Ich fand sie insgesamt ein bisschen boring. Ja, wirklich. Ich mag sie sehr. So vom Grundprinzip finde ich gut, aber ich finde manchmal ihr Schauspieler so ein bisschen so ... Die stehen auch alle so ein bisschen vorgebürgt. Die ein bisschen böse sind, immer Hände hinten verschränkt und stehen halt so ein bisschen rum und gucken halt ein bisschen, dreht sich ihren Kopf so ein bisschen leicht wahnsinnig. Ja, ein bisschen mehr Ausdruck. Ja. Und sowas. Ich sehe den Punkt. Aber da ist noch mehr drin. Im Gegensatz zu Sabine zum Beispiel fühlt sich das für mich an wie so eine Fassade, die sie aufgebaut hat. So das Gefühl hatte ich bei ihr noch viel, viel mehr als bei Sabine, wo ich es halt wirklich einfach nur ausdrucksschwach finde. Ja. Sabine ist für mich immer die Cosplay-Sabbel. Ja. Ich sag ja immer Sabbel. Aber ich kann das nachvollziehen. Ich bin wirklich ... Ich mag Sabine in Rebels hier schwierig. Ja, aber die Folge endet mit dieser schönen Reunion von Ahsoka, Sabine und Ezra. Und jetzt geht's eigentlich ab nach Hause. Ja, theoretisch. Ja, lass uns mal langsam durchgehen. Also nicht langsam, lass uns einfach in normalem Tempo ... Mal durchgehen. Fangen wir da vorne an, ne? Was, wie findest du das? Das C3PO-Layer ersetzt? Hätte man Layer neu casten sollen? Nee. Die agen sollen? Also, ich glaub, das war eine Riesenausnahme mit Rogue One, weil als Carrie Fisher gestorben ist, kam eigentlich sofort von, ich glaub, Disney-Seiten auch direkt aus, nein, wir werden sie nicht irgendwie im Rechner nachbauen. Und dann hat man sie halt für Rogue One mit einer anderen Darstellerin ersetzt, beziehungsweise ein Face-Swapping gemacht, ihr Gesicht draufgesetzt, verjüngt. Ich finde, für diesen Moment hat das gewirkt. Es ist ja auch nicht allzu perfekt gewesen in Rogue One. Es gibt Leute, die stören sich auch dran. Ich fand's okay für den Moment. War auch für mich ein Gänsehaut-Moment tatsächlich. Für mich hat's gestört, ja. Und ich glaub, wir werden Layer wegen Carrie Fisher nicht wiedersehen. Also nicht in der Art. Also in Animationsform. Generell, wenn's um Animationsserienfilme geht, denk ich schon. Ja. Hier aber, ich glaub nicht. Ich glaub, deswegen haben sie halt einen anderen. Also ich bin, ich seh den Punkt, ich bin anderer Meinung. Ich bin der Meinung, castet sie einfach neu. Es ist halb so schlimm, es geht. Das heißt nicht, dass man Carrie Fishers Erbe nicht respektiert. Es hat bei Mon Motma wunderbar funktioniert. Ja, krass. Aber gut, natürlich hat auch die originale Mon Motma-Darstellerin nicht den Standing und den Namen, den Carrie Fisher hat. Ja. Nichtsdestotrotz. Ähm, ich sag mal so, es wär sehr hilfreich. Ja. Weil, ähm, jetzt wirklich, also ich hab immer bei dieser Szene im Hinterkopf gehabt, die machen diese Szene genau deswegen. Ja. Die machen sie genau deswegen so und deswegen, keine Ahnung, was man vielleicht eigentlich hätte machen können, selbst wenn ja jetzt Carrie Fisher nicht da gewinnt ist, dass sie vielleicht als Hologramm auftaucht. Das ist eine Holonachricht, dass man das sieht. Ja. Das ist ja auch was sagt, so von wegen, ne? Also, klassische Rückanspülung auf Episode 4. Ja. Ähm, wo sie dann vor Luke auftaucht als Hologramm und sowas in die Richtung. Und mit dem Hologramm und mit Bildstörungen und so weiter und so fort, hättest du es halt wunderbar etablieren können, dass jetzt vielleicht auch mal eine neue Layer-Darstellerin kommt. Und, ähm, von daher, ich hätt das überhaupt nicht schlimm gefunden, Layer neu zu casten. Ja, bei Luke haben sie es ja auch irgendwie gemacht, ne? Bei Luke haben sie es auch gemacht? Ja, sie haben einen neuen Schauspieler genommen und, äh, dann Gesicht drauf, die Age draufgesetzt. Ach, so meinst du das? Nee, aber so meine ich das gar nicht. Ich meine wirklich eine neue, eine komplett neue. Ja, klar. Ich würde das dann auch nicht, ne, ihr Gesicht draufsetzen, aber so von wegen, ne, weil sie tot ist, ist es halt so ein bisschen, ja, schwierige Sache. Ja, ich, ich, aber ich verstehe das. Aber, also, es ist auch, es war schon auch irgendwie ein cleverer Weg, Layer trotzdem zu integrieren und sich aber aus dieser Diskussion halt irgendwie rauszuhalten. Ich finde nur, die Szene ist auch so haarscharf ein bisschen an Kitsch vorbeigeschrammt, weil, also, man hört ja dann aus dem Hintergrund zu verwegen hier so, ID bitte. Und so was. Und dann setzt so sehr leicht schnulzige Musik ein. Oh, es ist C3PO, wir kennen den alle, der ist für alle. Ja. Und, ähm. Ich hab grad die Musik im Kopf, war aber hundertprozentig ein Theme aus der Original-Terminie. Ja, ja. Aber es hat so, und dann so, oh, C3PO und alle so, oh, ja, ja. Also, ein bisschen, ja, ist okay. Mich hat's eher gestimmt. Also, dafür, dass Xiono irgendwie sagt, boah, was, Jedi, bla bla. Ja, warte mal, ein Jedi hat ja, deswegen sitzt du ja gerade da. Ja, das stimmt, ja. Ähm, weil ein Jedi hat ja quasi das Imperium gestürzt. Ich weiß nicht, wie bekannt das jetzt allen so ist, die Story. Mhm. Aber eigentlich soll das bekannt sein, weil, äh, ich glaub, ist das noch Kanon, dass Lea ja gar nicht so viel Karriere gemacht hat, weil rausgekommen ist, dass Daph Ueda ihr Vater ist? Äh, gute Frage, weiß ich grad. Also, ich hab's gelesen, dass es so ist, aber ich bin nicht genau sicher, ob das Legends ist. Auf jeden Fall ist die deswegen nicht so big. Ja. Aber das ist ja eh auch allgemein die Frage, wo ist Luke? Warum spricht niemand über Luke oder wird der nicht einmal zurate gezogen? Der sollte zu der Zeit, das kann man eigentlich, weil ich, das ist die Folge, in der man tatsächlich auch, äh, erfährt, wann das alles spielt. Ähm, weil, äh, Captain Teva sagt das, der Vorfall auf Mandalore, und deswegen wissen wir, das spielt genau zu Mando Staffel 3. Ist das so? Also, ich mein, das mit, also, dadurch weiß man ja ganz genau, wann der, ähm, wann der stattgefunden hat, der, die, die Säuberung von Mandalore, nämlich gegen Ende des Bürgerkrieges, ist wahrscheinlich vielleicht als Teil von Operation Cinder, also diesem Plan von, ähm, dem Imperator, quasi das Imperium dafür zu bestrafen, dass es seinen Tod nicht aufgehalten hat, und dann ganz viele, ähm, ja, krasse Massaker und so weiter überall auf den verschiedenen Planeten. Das könnte Teil davon gewesen sein. Das wird ja damit einmal so ganz klar zeitlich verordnet. Also, sie sprechen halt über Gideon noch, und von, ja, ist ja nur einer gewesen, und es gibt keine große Verschwörung. Also, ich glaub, damit kann man das so zeitlich leicht einordnen. Ja. Aber nee, was passiert ist. Also, wir müssten eigentlich jetzt bei Mando 3 sein. Es gibt ja auch so, ähm, das Gerücht sieht tatsächlich, äh, Grogu sieht, sieht ja tatsächlich vielleicht gerade die Purgels, in der gerade Ahsoka sich befindet. Spannend, ja. Und, äh, ja, lass uns mal fortschreiten. Weißt du, konntest du was mit dem Namen Zepp anfangen? Z-E-B? Nee. Kaum, ne? Äh, ja, das ist nämlich, äh, Zepp. Zepp ist, äh, bekannt aus Rebels, eine Lieblingsfigur aus Rebels. Von mir auf jeden Fall. Ich mochte Zepp sehr. Ja, es heißt eigentlich, Garazep Aurelius ist ein sogenannter Lazard, also seine Spezies vom Planeten Lazarn. Ähm, er wurde Teil der Crew, der Ghost-Crew, nachdem seine Spezies vom Imperium auch ausgelöscht wurde. Und, äh, ja, nach der Gründung der Neuen Republik wird er Sternjägerpilot und man sieht ihn. Also, da sind viele, mehr inklusive in The Mandalorian Season 3, einmal kurz ausgerastet, als man ihn in der, ähm, da umgeben von, äh, anderen Piloten sieht. Ja, der hat so ein kurzes, kurz, kurz Auftritt in Mandalorian. Aber ja. Und Asajj Ventress, wenn du, also, jetzt ist, ich frag einfach mal raus, ich mach, ich mach ihn, ich hab ihn jetzt angedeutet, ich mach ihn jetzt einfach diesen fetten Exkurs zu Asajj Ventress, weil ich die Figur und ihr Design einfach so liebe. Ähm, gerade in den ersten fünf Clone Wars Staffeln ist es eine wichtige Figur, die immer wieder mal vorkommt. Ich hab mich jedes Mal gefreut, wenn sie in der Folge vorkam. Ähm, sie wird so ein bisschen nach Staffel 5 fallen gelassen, was ich so ein bisschen schade fand. Also, da hat mir so ein bisschen Closure gefehlt. Boah, meinem Mund fehlt auch Closure mit den ganzen Rüpfchen, die da rauskommt, tut mir leid. Ähm, ja. Mir hat da so ein bisschen Closure gefehlt, aber das wird dann wohl in dem Buch, äh, Dark Disciple von 2015 wird ihre Storyline beendet und da findet sie dann auch ihr, ihr Ableben. Ähm, ja. Das ist eine Frau vom Planeten Datumir und hat viel erlebt, die war mal eine Sklavin, dann ein Padawan, dann, äh, war sie, zählte sie zu den Sith, dann war sie die Nachtschwester, eine Kopfgeldjägerin, also wirklich alles durch. Ähm, sie wurde nämlich früh auf einen anderen Planeten namens, äh, Rat Attack, ähm, ins Outer Rim verschleppt, wo sie als Sklavin aufwuchs, der heißt wirklich Rat Attack. Okay, ist der, ist der im, äh, gleichen, im gleichen System wie, äh, Art Attack? Ja. Wahrscheinlich. Ben Weber. Ja. Sie wird da von einem Jedi gefunden und als Padawan aufgezogen von, äh, ihrem Meister Narek und als der getötet wird, wendet sie sich der dunklen Seite zu, herrscht dann sogar kurz über die kriminelle Unterwelt von Rat Attack. Count Dooku findet sie dann, sie wird seine Schülerin, sie kämpft für ihn auch in den Klonkriegen mit, sie trifft auch dabei halt voll oft auf Obi-Wan und Anakin. Später fordert Darth Sidious von Count Dooku dann, dass er sie töten soll, verraten soll und, äh, Dooku lässt sie dann inmitten von Gegnern zum Tod zurück. Er sagt noch, du hast, äh, du bist gescheitert, du hast mich das letzte Mal enttäuscht, du bist nicht mehr meine Schülerin und nun sollst du sterben. So einen geilen Count Dooku, äh, Dialog. Sie überlebt aber und flieht zurück nach Datumir in ihre ursprüngliche Heimat und gemeinsam mit der großen Mutter Talzin, zu der wir heute auch noch kommen werden, äh, beschließen sie, Count Dooku zu töten und schleusen dafür sogar einen Spion ein, nämlich Darth Mauls Bruder, Savage Opress, der halt auch eine ziemlich krasse Figur aus Clone Wars ist. Ähm, Savage Opress, also das passiert, ich kürze grad wirklich massiv ab, Savage Opress wendet sich auf jeden Fall gegen sie und Dooku greift die Nachtschwestern an, ähm, Assage kann wieder mal gerade so überleben und fortan reißt sie als Kopfgeldjägerin durch die Galaxie und hilft sogar einmal Obi-Wan. Äh, dann passiert noch sehr viel in, ähm, waren das Comics oder Bücher, ich bin mir grad nicht ganz sicher, äh, sie verliebt sich auf jeden Fall in den Jedi-Meister Quinlan Voss, der Count Dooku töten möchte. Bei einem versuchten Attentat, also sie versuchen dann Attentat auf Count Dooku, wird Quinlan Voss aber festgenommen und von Dooku lange Zeit gefoltert. Obi-Wan und Assage Ventress können dann zusammen Quinlan Voss retten, aber mittlerweile ist Quinlan Voss selbst zur dunklen Seite bekehrt, äh, worden. Mhm. Und als Dooku dann Quinlan Voss töten möchte, opfert sie sich und ihr Tod weist Quinlan Voss dann zurück auf die helle Seite der Macht und es endet damit, dass der Jedi-Rat dann sogar ihr Opfer ehrt. Und das war irgendwie dann doch ein sehr schönes Ende für, ähm, Assage Ventress, die halt wirklich einmal von diesem unschuldigen Kind, von der Sklavin hin zur dunklen Seite der Macht, zum Verrat, dann zu, ihre Wurzeln auszuleben auf Datumier und dann wieder zurück auf die helle Seite der Macht finden und dann sogar letzten Endes vom Jedi-Rat. So geehrt zu werden. Es ist wirklich eine wunderschöne Figurenentwicklung. Ich finde diese Figur Assage Ventress wirklich so ein bisschen unterschätzt im Star Wars. Ja, auf jeden Fall super interessant an. Ja, ist sie. Und ich weiß nicht, ob du mal ihr Design gesehen hast, die sieht auch einfach cool aus. Ja. Ähm, von daher. Ja, ich hab mir ein paar Szenen, äh, in der Recherche hier angeguckt von ihr. Ja, also wie gesagt, ich, für mich ist es jedes Mal ein Highlight, wenn sie vorkommt. Ja. Ich will noch kurz einen, einen Step zurückgehen. Und zwar, ähm, nachdem diese ganze Sache im Senat ja geklärt ist, mehr oder weniger, ähm, kommt ja, ähm, Mothma nochmal auf, äh, Hela zu und nimmt sie so beiseite. Weil sie sagt ja, ah, ist ja alles klar. Also sie weiß halt so, eigentlich ist nicht alles klar, dass das hier alles so, eher so ein, ähm, netter Move von Leia war. Ein Trick, ja. Ist aber ganz stimmt, genau. Ähm. Ähm, und dann sagt ja Hela noch, äh, sie fragt, wie ist das mit, mit, äh, Hela, habe ich Hela gesagt? Hela hast du gesagt, ja. Ähm, wie ist das mit Thrawn? Ist das hier ernst zu nehmen? Und sie sagt dann, äh, wir sollten uns auf das Schlimmste vorbereiten und das Beste hoffen. Und dann spielt kurz eine Flöte. Ja. Und ich dachte so, meinen die Mando damit? Wird er Thrawn killen vielleicht am Ende? Ja. Ist das, aber es war jetzt nicht die hundertprozentige Flöte, die immer in Mandalorian zu hören ist, aber ich dachte so, ah, wäre, wäre vielleicht, wäre vielleicht so ein Ding, weil irgendwann, da kommen wir später auch noch zu, dass das alles nochmal zusammengeführt werden soll, ne? Wir müssen ja diese, wir müssen den ganzen Plots ja irgendwie, wir müssen ja irgendwie zu den Sequels kommen. Es kommt ja noch der Film von Dave Filoni. Genau, der alles hier zusammenführen soll, die Serien, außer Endor. Ja. Ja, aber, äh, interessante, interessante Beobachtung ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Das ist natürlich eine reine Spekulation, weil Flöten kommen auf, boah, in Sawas. Ach komm, also ich hab schon, ich hab schon viel verrücktere Fan-Theorien im, äh, Internet gesehen. Ah, dass der kleine Junge, ähm, den, der, ähm, äh, äh, den, ähm, äh, der, ähm, äh, Anakin anspricht, als er alle grillen will, im Jedi-Tempel, beim Jüngling, äh, dass der, äh, Bail on ist. Ah! Ja, von wegen. Geil. Ja. Ja. Vielleicht hatten auch noch ein paar Leute, äh, ein Fragezeichen im Kopf, als sie sich gefragt haben, woher kennt denn Thrawn jetzt Anakin Skywalker so gut? Also das ist auf jeden Fall was, was in den, in den Büchern von Timothy Zahn passiert, also auch in den, in den neueren. Da geht's ja auch darum, dass, äh, die Chiss, also Thrawns Spezies angegriffen wird von einer anderen Spezies und er nach Mitstreitern in der Galaxie sucht, um, ähm, halt, äh, ne, um, äh, als Hilfe. Und er trifft auf einem Planeten am Rande der Galaxie tatsächlich auf Anakin Skywalker, das ist da eine Storyline. Er hilft ihm und kriegt dafür im Gegenzug einen Schildgenerator, um den es da geht. Und später trifft er dann sogar nochmal auf Darth Vader und reist eine Weile mit ihm. Und Thrawn ist klug genug, um zu verstehen, dass Anakin und Darth Vader dieselbe Person sind. Also weil er beide dann, also er trifft beide unabhängig voneinander und dann, ja. Ist ja eh so die Frage, ob dann nicht irgendwelche, ah, wo kommt denn dieser Darth Vader auf einmal her, dass da nicht Leute so recherchieren, so. Wie könnte denn das sein? Es sind ja auch ganz viele Verschwörungstheorien in der Galaxis. Ja. Und ich hab noch ein, äh, Kapitel hier zu den, äh, großen Müttern. Das ist ja auch, ähm, ich weiß nicht, wie, also das haben ja mittlerweile viele mitbekommen. Es gibt in Star Wars eben diese Hexen, die Hexen von Dathomir. Die benutzen so eine besondere Form der Machtmagie. Ich hab das auch immer wieder gesehen, dass es als Magic bezeichnet wird, aber Magic mit CK, also mit einem K hinten. Äh, die Zocker der Jedi-Spiele dürften die Hexen auch sicherlich gut kennen. Ich hab diese Hexenmagie mittlerweile in Star Wars einfach akzeptiert, aber es liegt auch daran, dass ich die Figur Maron zum Beispiel auch so sehr mag in, ähm, in, in den Jedi-Spielen. Ist das nicht auch so, Icora, Ichio oder sowas, dieses Zeug, es gibt's auf Dathomir halt, dieses grüne, grüne Zeug. Ich glaub, es gibt's nur auf Dathomir. Und das hat diese Klinge draus gemacht, von der wir in der nächsten Folge auch noch mehr erfahren werden. Ich hab keine Ahnung, wie das heißt, um ehrlich zu sein. Na, guckst du so, aus was ist die Klinge eigentlich? Und dann gibt's Ichor, Ichor, I-C-O-H-O-R. I-C-H-O-R. Ich hab's ehrlich gesagt noch nie gehört. Kann sein. Ja. Ähm, ich hab dann noch rausgefunden mit ein bisschen Recherche, dass diese drei großen Mütter bei Thrawn Namen haben, die heißen, oh Gott, jetzt wird's ganz, das sind wirklich komplizierte Namen. Ich weiß nicht, ob ich sie auf Englisch oder Deutsch aussprechen soll. Beide. Äktropor, Lachesis und Klofor, Klofau, Klotau. Das sind, äh, ganz klare Anspielungen an die Schicksalsgöttinnen aus der griechischen Mythologie, die sogenannten Möuren. Ähm, die heißen nämlich Kloto, Lachesis und Atropos, also wirklich sehr ähnlich. Beim Wort Möuren sollten auch einige Star Wars Fans oder vor allem halt, ähm, Clone Wars und Rebels Fans, ähm, aufforchen, aber dazu kommen wir gleich noch in Folge 8. Ähm, ja. Und wie fandest du diese Folge? Oder, oder, ich frag mal so, hast du noch ganz wichtige, ähm, Funfacts, Sachen zur Lore, die du noch erwähnen möchtest in Folge 7? Ähm, ja, ich hab mich ein bisschen gefragt, ähm, bei der Reise in den, in den Space-Wahlen, in den Purgels, ähm, generell, weil, dann wird ja gesagt, ah, ich merke, dass wir ankommen, äh, weil wir langsamer werden. Ich hab gefragt, okay, wie ist das eigentlich, äh, Hyperraum und Geschwindigkeiten? Und ich hab mal ein bisschen nachgeguckt. Und erst mal so, Hyperraum ist erst mal eine alternative Dimension, ähm, in der sich Objekte oder halt Purgels, Space-Wale, vielleicht auch noch andere Wesen, mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen können. Ähm, diese Welten, diese Dimension ist nicht ganz losgelöst von uns, weshalb du halt gut berechnen musst, wie du da durchfliegst, weil sonst kannst du crashen mit Sachen in der Galaxis. Ähm, ne, es wird halt genau, genau berechnet, beziehungsweise wenn du dann stoppst, crashst du halt eventuell in den Planeten rein, was halt Han Solo auch schon sagt in der Original-Trilogie. Okay, lass mich mal kurz mal in, so wie ich das verstehe, zusammenfassen. Also, ich weiß, dass es vier Dimensionen gibt, Raum, Zeit. Also, bei Raum gibt es halt drei X, Y, Z, in jeweils drei verschiedene Richtungen. Die vierte Dimension ist quasi die Zeit. Ja, sagt man so, ne? Ja, sagt man so. Ich weiß, ich hab auch keine, ich bin auch kein Wissenschaftler, ich bin kein Physiker, ich hab da keine Ahnung. Also, String-Theorie, dass ja mehrere Parallelsachen, ne? Also, man muss ja es ja immer, da gibt's ja diese Erklärung, jemand, der nur an der 2D-Welt kennen würde, kann sich keine 3D-Welt vorstellen. Wir können uns halt halt keine weitere Dimension vorstellen. Und wir können uns deswegen hyperraumlich. Wir wollen hier kein gefährliches Halbwissen machen, aber es könnte so sein, deswegen heißt es ja auch Theorie. Auf jeden Fall wird damit quasi ein Tor geöffnet in diese Dimension, in die du dann durchfliegst. Also, und wie du da durchfliegen kannst, das kommt auf deinen Antrieb an. Und das wird in Klassen angegeben, wie dein Hyperraumantrieb ist. Und je kleiner die Zahl, desto schneller ist es. Der Millennium-Falke von Han Solo hat zum Beispiel die Klasse 0,5 und ist damit extrem schnell. Die Rogue Shadow aus Force Unleashed ist ebenfalls genauso schnell. Und die meisten zivilen Raumfahrzeuge, die haben so Klasse 3. Das Militär hat dann so Klasse 2 und 1. Ein Sternzerstörer ist zum Beispiel Klasse 2. Klasse 1 ist eher selten. Und noch ein Funfact, der TIE Advanced von Darth Vader. Der hat Klasse 4. Ist also relativ langsam. Ja. Und jetzt noch kurz die zwei schnellsten Schiffe, die ich gefunden habe, ist die Jabita. Das ist ein lebendes Schiff von Planeten Sonoma Sekt. Und das hat eigentlich ein Skywalker gehört. Und soweit ich das richtig erfahren habe, muss man dazu quasi Saat besorgen mit mehreren Leuten. Und dann wird dieses Schiff geboren. Krass. Also ein lebendes Schiff. Ja, genau. Das wurde aber quasi nach der Geburt, dieses Raumschiff wurde leider relativ schnell zerstört. Hätte aber die Geschwindigkeit 0,4. Krass. Und dann das nächste Schiff, was auch 0,4 ist die... Das war aber Legends, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Ist die Besolik, der Besolik-Angriffsjäger. Der wurde gebaut von Mandal Motors. Und zwar 40 Jahre nach der Schlacht von Javin auf Mandalore entwickelt. Genau. Also die Geschwindigkeit ist variabel innerhalb des Hyperraums und abhängig von deinem Schiff. Spannend. Okay. Wie fandst du die Folge? Also in Punkten ausgedrückt habe ich dir jetzt mal 6 von 10 gegeben. Also ich habe generell versucht bei dieser Serie darauf zu achten, dass ich da nicht zu viel rummeckere, weil es halt Riesen-Lore vorher gibt mit Rebels und Clone Wars und sowas. Und dass man da so ein bisschen natürlich als, ich sag mal, Außenstehender so ein bisschen verzeihender sein muss mit der Kritik, weil man weiß nicht genau, vielleicht hat es alles eine Bedeutung und sowas. Insgesamt fand ich diese Folge aber doch ganz okay, wesentlich besser als was davor ist, weil viele Sachen für mich als Außenstehender geklärt worden sind. Was mit SRS und endlich mehr von diesem ominösen Front zu sehen ist und wie er agiert und sowas, geht schon eher zur Sache. Also deswegen 6 von 10 Punkten bei mir. Bei mir auch. Ich finde auch nach zwei eher sehr guten Folgen hat die für mich einen Durchhänger. Viele Momente, die mich gestört haben, auch einer, in dem ich mich gefragt habe, ist es nicht wieder mal typisch, dass der Gegner mehrere perfekte Gelegenheiten hat, unsere Helden zu töten, aber es aus irgendeinem Grund nicht tut. Zum einen, weil er behauptet, es wäre klüger. Ich finde eh, dass Franz Genie in den Filoni-Sachen immer so sehr behauptet ist, aber nie wirklich so ist. Oder auch Shin, die sich von einem, warte, von Ezra stoppen lässt. Das sind alles so Momente, die mich echt... Ja, das war so ein bisschen Comic-haft. Ach, die mich echt ständig. Genug Zeit, damit Ahsoka auch kommen kann. Das ist für mich dann alles so ein bisschen sehr erzwungen geschrieben. Ich habe auch generell nicht das Gefühl, dass hier irgendwer sterben wird oder kann. Also für mich hatten die alle sehr krassen Gott. Ein einziger Noti umgekommen. Also diese dramatische Fallhöhe ist halt wirklich sehr... Selbst Ewoks sterben. Ja, also es ist deswegen... Ich finde wirklich, ich mag so viele Ideen von Dave Filoni und ich sehe in ihm einen riesigen Star-Wars-Fan, der sehr, sehr viel Gutes tut für die Welt von Star Wars. Ich finde aber auch, dass man ihm einen Autor oder eine Autorin wirklich an die Seite stellen sollte, der oder die besser schreiben kann. Also ich finde wirklich, dass es da so im Schreibprozess einiges an... Aber dazu können wir auch gleich, wenn wir die gesamte Serie bewerten, sprechen, noch kommen. Ich fand noch ganz cool, dass es hier so ein, zwei kleine verdeckte, neben C3PO noch ein paar verdeckte Sachen auf die Original-Trilogie gab. Also kann man zumindest so sehen. Wenn Sabbel Ezra erzählt, so was jetzt passiert ist in den letzten zehn Jahren, hat mich so ein bisschen erinnert an die Szene, als Han Solo aus dem Karbonit befreit wird und er es kaum glauben kann. Luke ist ein Jedi? Sind denn alle größenwahnsinnig geworden und sowas? Und das hat mich so ein bisschen erinnert, dass so, oh mein Gott, was ist alles passiert? Ich kann es kaum glauben, dass die Leute so eine Entwicklung durchgemacht haben. Ja. Ich frage mich auch, warum man so wenig von Peridia sieht und warum sich diese Galaxie so wenig anders anfühlt als die eigentliche Galaxis. Ich habe mich so tierisch gefreut auf den Sprung in die andere Galaxie und war dann doch sehr enttäuscht, dass es eigentlich wirklich nur so ein random Planet ist, der sehr uninteressant wirkt. Das fand ich sehr schade. Nicht komplett uninteressant, da kommen wir gleich noch dazu. Ja, er ist dem, ich finde, zu Standard. Es hat mich ein bisschen an Mass Effect Andromeda erinnert, der Nachfolgeteile nach den drei Mass Effect Spielen, der in einer Galaxie spielt. Und ich dachte so, wow, die haben die Möglichkeit, jetzt alles zu machen, weil andere Regeln herrschen können. Und es ist einfach das Gleiche. Und hier haben sie einfach quasi den Herr der Ringe aufgebaut. Sehr, wirklich, ich finde es auch sehr schade. Und ich finde auch, man merkt, dass Ezra und Shin mehr Chemie haben in der kurzen Zeit, die sie haben als Ezra und Sabine. Und das ist schon wirklich entlarven. Ich habe deswegen auch sechs von zehn gegeben. Lass uns mal zu Folge acht gehen, zum Finale. Da habe ich deutlich mehr zu sagen. Folge acht, The Jedi, The Witch and the Warlord. Der Jedi, die Jedi, die Hexe und der Kriegsherr. Ich finde, das klingt nach Chroniken von Narnia. Da ist nämlich der Originaltitel The Lion, The Witch and the Wardrobe. Von daher sehr ähnlich. Regie hat geführt Rick Famuyiwa. Das ist der The Mandalorian-Regisseur, könnte man sagen. Der hat also bei sechs Folgen Regie geführt. Sollte sogar mal The Flash inszenieren. Und das Drehbuch ist natürlich mal wieder von Dave Filoni. Classic. Wir starten aber erst mal in der Folge mit Morgans Level Up. Auf der Chimera sprechen nämlich Morgan, Captain Enoch und Großadmiral Thrawn. Die Fracht wurde geladen. Jetzt muss sein Sternzerstörer nur noch andocken ans Auge von Sion und dann geht's ab. Thrawn entsendet aber noch zwei TIE-Fighter zu seinen Jedi-Gegnern. Im Hintergrund sieht man aber übrigens noch sechs weitere TIE-Fighter. Das nur so als kleine Anmerkung zum Genie von Thrawn. Die großen Mütter belohnen Morgan Elsbeth, weil sie ihre Schwestern aus einer anderen Galaxie geortet hat, gespürt hat, gefühlt hat, wie auch immer. Sie bekommt die Gabe der Schatten. Sie ist jetzt Nachtschwester durch und durch. So was ähnliches ist auch oder quasi das Gleiche ist mit Asajj Ventress auch mal in Clone Wars passiert. Also sie bekommt ihr Gesicht verbrannt. Jetzt braucht sie ganz viele neue Passfotos, habe ich mir gedacht. Und Morgan bekommt ein neues Schwert. Die Klinge von Thrawn. Dazu gleich mehr. Derweil reisen Ezra, Ahsoka, Hu Yang und Sabine gemeinsam mit den Noti. Und Ezra baut sich ein neues Lichtschwert. Warum schüttelst du den Kopf? Weil die sich so unfassbar Zeit lassen. Also vielleicht, damit er sich ein Lichtschwert bauen kann. Das dauert auch ein bisschen. Alter. Ich bin ja unterwegs. Ja, aber lass doch die Noti. Zieh die doch nicht mit in so einen Krieg rein, sondern nimm dein Raumschiff. Das funktioniert zu dem Zeitpunkt ja noch. Ja. Flieg doch. Ja. Ja, guter Punkt. Ezra lernt halt bei dieser ganzen Sache auch Hu Yang kennen, der ja immerhin 25.000 Jahre alt ist. Hu Yang hat tausende Generationen schon dabei geholfen, Lichtschwerter zu bauen. Und sie sprechen auch über Kanan Jarrus, Ezras Meister. Da hab ich auch gedacht, du hast wahrscheinlich nichts mit diesem Namen anfangen können. Nee, auch mal gehört, aber der Impact von dem scheint ja auch relativ groß zu sein. Ist er. Ist er. Dazu gleich mehr. Auch eine sehr wichtige Figur aus Rebels. Die Botschaften von Hu Yang sind natürlich doppeldeutig. Die sind in zwei Richtungen zu lesen. Die gehen nicht nur in Richtung Ezra, sondern auch in Richtung Sabine, die da an der Tür steht. Und es gibt einen Satz in diesem Dialog, den ich gefeiert habe. Du hast eine Methode, kein System. Den werde ich auf jeden Fall selber auch verwenden. Das ist echt ein gutes Ding. Ja. Sabine ist dann verschwunden und wir erfahren von Hu Yang das große Geheimnis, was da zwischen Sabine und Ahsoka passiert ist, dass sie sich zerworfen haben. Ahsoka hatte nämlich Angst, dass Sabine zur dunklen Seite der Macht findet, nachdem ihre gesamte Familie bei der Säuberung von Mandalore ausgelöscht wurde. Das ist natürlich eine große Nummer. Sabine stößt draußen dann tatsächlich auf Ahsoka. Sie sprechen über Sabines Plan, in Anführungsstrichen. Ich habe diesen Plan auf jeden Fall nicht so hundertprozentig verstanden, glaube ich. Nee, ich glaube, das war, also ich habe das mehr so wahrgenommen als so eine, boah, okay, ich will das unbedingt und ich ziehe das jetzt so durch, gucken wir, ob es klappt. Und sie sagt ja dann auch, ich bin nicht erfreut, dass es geklappt hat, sondern erleichtert, dass es geklappt hat. Ja, auf jeden Fall, man muss mal sagen, Sabine ist eigentlich an diesem gesamten Debakel schuld, wenn man ehrlich ist. Ja. Thrawn ist am Ende der Folge auf dem Weg in die Galaxie, in die Galaxis. Ja gut, sie war verzweifelt. Das war so die einzige Möglichkeit, irgendwie für sie halt in diese andere Galaxis zu reisen. Ja. Sie kann nämlich nicht mit Space-Wahlen reden. Ja, aber wirklich Konsequenzen hat sie dafür nicht erfahren, aber das ist eine andere Sache. Ahsoka sagt auf jeden Fall, dass Anakin immer an ihrer Seite stand, selbst jetzt und auch am Ende der Folge wird er ja quasi wirklich an ihrer Seite stehen, wie so eine Art Schutzengel. Wirklich ein schöner Moment. Ahsoka zeigt, dass sie von ihrem Meister gelernt hat, versucht jetzt auch für Sabine immer da zu sein und ja, das ist natürlich, das spiegelt Ahsokas eigene Ausbildung, das war irgendwie sehr schön. Dann greifen die beiden TIE-Fighter an, die Thrawn herausgeschickt hat und sie verfehlen natürlich ihr stationäres Ziel, das sich nicht bewegt. Plotarmer Nummer 7000. Aber Sabine kann mit dem Schiff aufsteigen und beide kaputt machen, da dachte ich mir... Das ist halt eine typische Sabbelaktion, also wieder, es hat funktioniert, aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Das Raumschiff ist im Eimer und man muss dazu sagen, hätte Thrawn auch nur zwei oder vier oder alle sechs TIE-Fighter noch mehr dazu abgeschickt, dann... Die hätten auch nicht getroffen. Die hätten auch nicht getroffen wahrscheinlich, weil die wie Stormtrooper sind, ja. Na gut, und Thrawn beschließt dann Vorkehrungen für einen Bodenbeschuss. Warum schickst du nicht einfach die anderen sechs TIE-Fighter jetzt raus, wo die mehr los sind? Ja. Egal, das taktische Genie. Also ja, ja, ich habe auch mehrfach mich gefragt, Thrawn wirklich so ein Genie, aber zumindest nicht hier so. Also er spielt das Genie. Aber das Problem ist, in den Büchern von Timothy Zahn ist er halt auch wirklich ein Genie. Ja. In Jonas' Bett, ich habe das ja geguckt und auch abgenommen, vorhin so, ah, krasser Typ. Und hier ist so, ah, wir können keine Verluste nehmen. Die Verluste sind okay, die Verluste sind okay. Ah, wir haben keine Zeit und kommen später noch zu. Das ist ja aber auch so ein bisschen wie das Kugelrätsel am Anfang. Es wird alles sehr behauptet, dass alles irgendwie besonders komplex und anspruchsvoll ist, ist es aber dann in Wahrheit einfach gar nicht. Das ist halt wirklich, meiner Meinung nach, das ist mein Gefühl, nicht gut geschrieben. Ja, er sitzt halt da und sagt, ah, wir lassen Ahsoka da unten sitzen und ihren eigenen Weg gehen. Ja. Findet die und bombardiert sie. Das ist nicht ihren eigenen Weg gehen. So, und also für mich war der ein bisschen inkonsequent, so ein bisschen, so eine kleine Labertasche. Ja. Also hin und wieder. Während Hu Yang jetzt das Schiff repariert, versuchen die anderen auf das Schiff von Thrawn zu kommen und ihn aufzuhalten. Dem, beziehungsweise erstmal in die Festung. Dem Turbolaserbeschuss des Schiffes können sie aber ausweichen. Natürlich, ich meine, dieses Bombardement kann später die ganze Festung zerstören, aber nicht diese drei Leute auf zwei Haulern. Plotarmer Nummer 7001. Und sie gelangen dann in die Festung. In der Festung machen sie eine Gruppe von Knight Troopern fertig, aber dann kommen die großen Mütter und wecken die Soldaten wieder auf. Wir hören verzerrte Geigen und Star Wars Zombies stehen auf. Aber natürlich ist es im Endeffekt immer noch eine Star Wars Familienproduktion. So richtig abgetrennte Körperteile, Blut, oder sieht man? Okay, einmal passiert zum Off. Später, aber im Off, ja genau. Im Off, ja. Aber eigentlich gehören abgetrennte Körperteile zu Star Wars seit Anfang an dazu. Auf jeden Fall. Arme Köpfe, alles muss rollen. Ja, das stimmt. Aber die Knight Trooper sind immer noch Stormtrooper quasi und sind jetzt auch nicht unbedingt bessere Kämpfer als Untote, würde ich sagen. Und vor allem ist er eigentlich, okay, klar, er hat nicht so viele Truppen mehr, aber es macht von der Story keinen Unterschied. Aber jetzt 50 reinschickt, die werden für nicht unterschickt nochmal 50 rein. Ja. Hat keinen Unterschied gemacht. Ja. Währenddessen dockt Frans Schiff an das Auge von Sion an und ist bereit zum Abflug. Es kommt dann aber auch zum Kampf zwischen Ahsoka und Morgan. Denn Morgan soll zurückbleiben, um die Jedi aufzuhalten. Damit ist klar, sie wird nicht mehr rechtzeitig auf das Schiff kommen, wenn es abreißt. Fraun sagt für das Imperium, sie sagt für Datomir. Ja, und es kommt zum... Ist ja ihre Heimat. Genau. Und es kommt zum Rematch Ahsoka versus Morgan. Auch Sabine und Ezra werden angegriffen, aber von besonderen Zombie-Einheiten. Die sollen nämlich schon mal voranschreiten und Fraun aufhalten und werden dann von diesen Special-Zombie-Einheiten angegriffen. Sabine wird dann von einer dieser Zombie-Einheiten sogar gewürgt und dann schafft sie es zum ersten Mal. Sie benutzt die Macht, beziehungsweise, also es ist ja immer noch diese Diskussion, was war damals zwischen Shin und ihr, als sie Shin so diesen Machtschubs gibt. Und dann auch dieser sehr laute Sound-Effekt dann auch wirklich kommt. Also ich bin da immer noch, also in den Kommentaren waren wirklich die meisten überzeugt, dass Sabine nicht die Macht benutzt. Ich bin da immer noch nicht hundertprozentig sicher. Also für mich als Nicht-Clone-Wars-Kenner dachte ich auch so, die ist einfach nicht gut trainiert, also dass die irgendwie machtsensitiv ist, stand für mich nicht außer Frage. Also einfach nur, dass sie nicht damit umgehen kann, weil wir sehen ja auch Luke in der Organaltrilogie. Ey, der braucht ein bisschen, ne? Ist jetzt keine Rey, die zaubern kann. Deswegen. Aber gut, ja, sie benutzt jetzt auf jeden Fall die Macht und greift sich das Lichtschwert und tötet so den Night Trooper. Und ja, und auch für Ahsoka spitzt sich die Lage zu. Sie muss jetzt nicht nur gegen Morgan Elsbeth kämpfen, sondern auch gegen einige Night Trooper. Die erstmal rumstehen. Und dann kommen wir zum nächsten Kapitel, dem Sprung aufs Auge von Sion. Sabine und Ezra müssen springen. Ezra traut sich nicht, aber Sabine beschließt ihm mit der Macht zu helfen. Sie kann's ja jetzt. Sie ist instant so gut im Nutzen der Macht, wie Ezra, dessen Ausbildung lange, lange Zeit gedauert hat, von ich zieh in so einer Situation das Lichtschwert zu mir. Wer schafft es jetzt, Ezra 20 Meter in die Luft zu katapultieren? Und je nachdem, ich weiß nicht, wie viele Meter das waren. Aber das ist, also, das geht für mich viel zu schnell. Also, wenn wir auch nochmal an die Original-Trilogie denken, wenn Luke auf Hoth in der Eishöhle hängt, kopfüber und sich befreien muss und sein Lichtschwetter ist. Und dieser Moment, wo wir es ja heranzuziehen und wie lange das dauert. Klar, er ist verletzt und sonst, aber es ist so ein krasser Moment, weil wir sehen halt, oh, Luke kann jetzt die Macht benutzen. Das war im letzten Film, hat er das gelernt. Das ist so, hui, krass, und hier so, und jetzt spring ich 15. Das ist so, so weit kann ich nicht springen. Ah, vielleicht doch so. Aber nicht nur auf Hoth, oder, also, auch auf Dagobah, wie lange das Training dauert und so weiter. Also, das ist ja alles, oder auch in Rebels, wie lange Ezra's Ausbildung dauert. Und hier ist es wirklich so, es hatte Rey-Vibes, finde ich. Aber, ja, mich hat das wirklich gestört. Der Sprung hat halt so was Comickhaftes halt auch. Also, so ein bisschen, wenn der Hulk springt, das wirkt ja auch so ein bisschen so Comickhaft. Ja, wenn du so runbonst, und das war halt auch so ... Oder im Film Skyscraper mit Dwayne The Rock Johnson, da gibt es auch so einen lustigen Sprung. Aber ja, Sabine hingegen beschließt auf der, also, sie schafft das, Ezra landet auf dem Auge von Sion. Sabine hingegen beschließt, auf der Festung zu bleiben und ihrer Meisterin zu helfen. Also, das ist ja wie, ich werde immer bei dir sein, ist ja auch so ein Thema in dieser Folge, jemanden zu unterstützen. Mit Sabines Hilfe schafft es Ahsoka dann, Morgan Elsbeth zu töten. Ihr geht bei dem Kampf ein Lichtschwert kaputt, und sie benutzt dann sowohl die Klinge von Terzien, als auch das Lichtschwert, um Morgan aufzuschlitzen. Thrawn ist aber tatsächlich auf und davon, Ezra ist aber mit an Bord und verkleidet sich als Nighttrooper. Thrawn bombardiert die Festung, aber Ahsoka und Sabine können mit der Hilfe von Huyang und Ahsokas Shuttle auf Ahsokas Shuttle fliehen. Sie schaffen es nicht, Thrawn hinterherzureisen und sind gestrandet auf Peridia. Und damit haben wir quasi das Ende von Rebels Staffel 4 gespiegelt. Wieder verlassen Thrawn und Ezra die Galaxie. Thrawn lobt Ahsoka noch per Communication, per Kommunikationskanal. Er disst sie, ne? Versucht sie aus der Reserve zu locken. Absolut. Und er spricht auch mit dir über Anakin und nennt sie sogar Ronin, wozu ich gleich auch nochmal kurz kommen möchte. Ein Samurai ohne Meister. Genau, aber dazu kommen wir gleich noch. Und dann ist das Auge von Sion und der Sternzerstörer auf und davon. Jetzt sind Sabine und Ahsoka also wirklich gestrandet und hängen mit den Noti ab. Dafür sind sie als Lehrerin und Schülerin wieder vereint und grinsen die ganze Zeit vor sich hin. Ich weiß auch nicht, was das ist. Was ich auch nicht verstanden habe. Warum tun die so, als wäre das gerade ein Sieg? Ich glaube, für Ahsoka ist das so ein spiritueller, so eine spirituelle Sache. So ein Ding, hey, es ist scheiße, aber es geht weiter. Ja. Dazu komme ich gleich auch noch, wenn wir zur Eule kommen. Die Eule, ja. Ja. Shin Hati trifft auf die einheimischen Banditen und zückt ihr Lichtschwert. Und dann sehen wir auch ihren Meister oder ihren Ex-Meister, könnte man eigentlich sagen. Bailen Skull steht an einer Klippe. Wir werden seinen Masterplan nicht erfahren. Es ist ein regelrechter Cliffhanger auf einer Klippe. Aber hast du die Statuen erkannt? Aus Herr der Ringe? Nein. Diese Statuen sind ein Riesen-Reveal, eine riesige versteckte Botschaft für ... Also das kann man halt auch nur wissen, wenn man vor allem Clone Wars gesehen hat. Dazu komme ich gleich. Das sind nämlich die Götter von Mortis. Also ich dachte, es könnten auch Nachtbrüder sein oder sowas. Nein, dazu kommen wir gleich. Ähm, Thrawn und die großen Mütter nähern sich derweil Dathomir und Ezra landet auf der Home One. Okay. Ja, das ist das Ende. Ja, quasi. Da kommt noch was, ja. Da kommt noch was. Er kommt in seiner Stormtrooper-Rüstung raus. Erzüge ich mir. Warum eigentlich? Warum hat der ... Ich meine, das ist ja sehr typisch Rebels. Da passiert das sehr oft, dass sie sich verkleiden. Aber es ist auch süß, wie Chopper ihn sofort erkennt. Ja, aber die Szene ist viel zu lang dafür, dass jeder weiß, also außer die Leute niederstehen, wer das ist gerade. Als wenn er jetzt, keine Ahnung, ein marodierter Stormtrooper auf einmal auftaucht. Nein, aber das ist ja das ... Also wir wissen es ja. Aber die Serie tut ja nicht so, als wäre das jetzt ein Geheimnis. Nee, aber es ist viel zu lange dafür. Also die machen in dieser Szene viel zu lang. Nein, das Problem ist auch, ich glaube, da unterschätzt du ein bisschen, was für ein krasser Moment das ist, dass Hera und Ezra und Chopper und auch Jason wieder zusammentreffen. Das ist schon ein krasser, emotionaler Moment. Wenn sie den aber länger machen müssen, anstatt dieses, oh Gott, was ist das? Oh nein, ein Sturmtruppler. Ja, aber es hat für mich schon Spannung aufgebaut. Und wie wird das sein, wenn Hera ... Es ist wahrscheinlich auch ein Schock für die ganzen Leute da, dass da ein Sturmtruppler rauskommt. Also generell erstmal. Ja. Ob das jetzt vorne ist, weil eigentlich sollte es niemanden mehr in Sturmtruppenrüstung geben. Ja, eigentlich schon, das stimmt, ja. Ähm, und dann kommen wir zum letzten Dialog zwischen Sabine und Ahsoka. Ahsoka lobt Sabine nämlich noch, dass sie Ezra zurückgebracht hat und erklärt, wir sind, wo wir sein müssen. Und sieht eine weiße Eule, die sehr bedeutungsschwanger ist, in die man sehr viel hineininterpretieren kann. Auch für eine Staffel 2 und zu Bail and Skulls Plan und den Statuen von Mortis. Da werde ich dich gleich belehren. Meinst du, Ahsoka schickt Sabine jetzt nach Hogwarts? Ja, das wäre cool. Er hat einen Brief. Ich werde dich übrigens nicht belehren, das klang so von oben herab. Ich werde dich aufklären, das war das Wort. Erleuchten, erleuchten. Hoffentlich. Ähm, Sabine berichtet dann noch, dass sie etwas fühlt. Und es wird wohl Anakins Präsenz sein, weil auch die beiden haben sich in Rebels mal getroffen. Und vielleicht ist es dann das letzte Mal, also wir sehen Anakins Präsenz, vielleicht ist es das letzte Mal, dass Ahsoka und ihr Meister sich treffen, sehen, fühlen, wie auch immer. Aber auch sehr interessant, das ist ja ein Machtgeist diesmal und nicht weder Hologramm noch in dieser Zwischenwelt. Ähm, dass Machtgeister halt auch in andere Galaxien kommen können. Mhm. So, dass die halt überall sein können. Das ist schon krass. Die Welt zwischen den Welten, die verbindet alles über die Grenzen von Raum und Zeit hinweg. Das ist ja krass. Das heißt, Machtgeister könnten auch jetzt und hier auftauchen. Theoretisch ja. Ja. Absolut. Anakin. Ja. Zeig dich. Und in den Credits läuft dann noch extrem berührende Musik. Ähm, klang für mich wie so ein Theme aus Rebels. War schwer einzuordnen, aber ich fand die Musik wirklich sehr schön und sehr abwechslungsreich. Aber ja, ähm, das war die Folge. Ja. Anmerkungen. Ja, Anmerkungen. Also ich hab, oder was, reden wir über die Lore mal so ein bisschen. Es gibt eine sehr einleuchtende, wahrscheinliche Theorie, was zum Beispiel in dieser Fracht ist. Aus dieser Fracht wird ja ein Riesengeheimnis gemacht. Also meine Theorie dazu ist, das hat irgendwas mit der Wiederauferstehung Symparatus zu tun. Weil es ja generell in dieser Folge auch viel um Untote geht. Und die Sith hatten ja auch so einen Auferstehungszauber. Mhm. Und es sieht ja auch so ein bisschen aus wie Särge. Hat mich am Ende so ein bisschen an Indiana Jones erinnert. Die Szene, wenn die Bundeslade ins Lager kommt. Absolut. Und also für mich hat das irgendwas mit diesem Projekt zu tun. An dem Gedeon hat auch mitgearbeitet, hat also die ganzen Klonprozesse und Wiederauferstehung und Seelentransfer. Ja, das geht schon sehr in die richtige Richtung. Also das ist eine Theorie, die ich persönlich für sehr einleuchtend finde, dass da tote Nachtschwestern drin liegen. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Also es könnte sein, dass, also das würde Sinn ergeben, warum sie Datumier ansteuern. Diese Kisten sind halt auch wirklich genau in der Größe, wo halt so eine Person reinpasst. Das würde erklären, warum die großen Mütter Fraun helfen, weil sie, ne? Also das würde das sehr, sehr gut erklären. Es geht auch kurz bevor sie über die Fracht reden, auch um Katakomben, also als Morgan, Elsbeth und Fraun einmal über die Fracht sprechen. Also vielleicht baut sich da Fraun gerade eine Nachtschwestern-Zombie-Armee auf in irgendeiner Form. Ich hatte mich am Anfang eh gefragt, als wir Fraun gesehen haben und die Nachtschwestern, warum sind die dem so ergeben? Und Ezra sagt in der Folge zu Sabine, was so ein bisschen passiert ist und da sagt er, er hat die erweckt. Und gut, die Frage ist, wie hat er das gemacht? Aber das hat für mich so erklärt, weshalb die dem halt so dankbar sind, weil, okay, er hat einen Sternenzerstörer, was macht der eigentlich die ganze Zeit da? Er kann ja überall hinfliegen eigentlich, wahrscheinlich. Aber es hat für mich so ein bisschen erklärt, weshalb die dem so hörig sind und dem so viele Gefallen tun. Wahrscheinlich hat sie erweckt und hat ihnen gesagt, ey, ich bringe euch zurück auf Datumir. Und da könnt ihr quasi vielleicht auch euch an weiteren Jedi rechnen oder ihr kriegt einen großen Platz. Du glaubst, Fraun hat die großen Mütter erweckt? Also es sagt Ezra so, also Ezra kann es ja nicht 100% wissen, aber so, ja, bla bla, da hat sich der niedergelassen und hat die erweckt. Okay. Vielleicht waren die alle in so einer Art Stasis oder sowas. Ja, weil das könnte auch sein, dass diese Fracht vielleicht gar keine Särge sind oder Kisten oder sowas, sondern so Stasis-Pots. Stasis ist ja so ein Zustand, in dem man quasi am Leben gehalten wird oder in so einem gewissen Zustand der Nichtverwesung, der Konservierung, wie auch immer man das nennen möchte. Kann sein, wer weiß. Ja, was ist Fraun's Plan? Ja. Schauen wir mal. Aber wo wir bei den großen Müttern sind, Talzin ist ja auch wirklich so ein Name, der hier explizit fällt. Das ist ein Name, der in Clone Wars wirklich sehr oft vorkommt, aber auch in Rebels und auch in Comics und Büchern. Sie ist halt einfach eine besonders mächtige Nachtschwester von Datomir. Sie führt auch ein Schwert, das wird diese Klinge von Talzin sein, nehme ich an. Ja, das ist die. Ja, sie führt die auch einmal in einem Duell gegen Mace Windu sogar. Ja, sie hat halt auch in Clone Wars schon Truppen wiederbelebt, um als Datomir von General Grievous angegriffen wird. Also Star Wars Zombies ist halt auch einfach keine neue Sache und auch in den Legends, dazu kommen wir gleich, gibt es halt auch die Death Troopers. Ja, und diverse Versionen davon. Absolut. Kurz noch zu dem Schwert, ich fand das Geräusch, als dieses Schwert auftaucht, das war mega. Also generell in dieser Folge gab es richtig geile Sounds zu hören, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, ich habe mir das animierte Schwert nochmal angeguckt, fand ich cooler. Hier fand ich diese, das flammt ja so, durch diese Magie, durch dieses Ikor, wie es immer heißt, das sah so ein bisschen low aus, fand ich. Das hätte ein bisschen cooler sein können, aber das Geräusch war geil und der Griff sah ganz cool aus. Ja, aber cool, ich habe das auch gerade nochmal nachgeguckt, tatsächlich, also dieser einfach, dieser, alles was so grün ist bei der Magie von den Nachtschwestern nennt man Ikor. Ikor. Das wusste ich auch nicht, Magical Ikor. Nur auf Datumir anscheinend. Absolut, ja. Ja, nee, Talzin ist auf jeden Fall auch wirklich eine coole Figur aus Clone Wars, wie ich finde. Ich mochte allgemein all diese Storylines. Möchtest du wissen, wer, wo wir bei Rabbids sind, wer Kanan Jarrus ist? Ja, ein paar Infos über den, also der Meister von Ezra. War quasi ein großer Name, Kanan Jarrus heißt aber eigentlich Caleb Doom. Doom? Caleb Doom, ja. Okay. Und das ist dieser gut aussehende Jedi mit dem Kinnbad, würde ich mal sagen. Er überlebte als Padawan, also er hatte die Meisterin Depa Bilaba, die sieht man auch in Episode 1, also die gab es auch in Live-Action-Version. Er überlebte als Padawan die Order 66 und tauchte als Frachterpilot ab und nannte sich dann auch in seinem, versteckend nannte er sich Kanan Jarrus. Und unter diesem Namen schloss er sich dann später auch der Ghost-Crew an und sie lebten auf Lowfall, das imperial regiert wurde, um auch das Imperium immer wieder anzugreifen. Und dort lernen sie halt den jungen Ezra kennen mit seiner Steinschleuder. Und ja, Ezra wird Teil der Crew, das ist alles sehr intensiv, sehr ausführlich, wird das in Rebels Staffel 1 erzählt. Und irgendwann wird Ezra der Schüler von Kanan Jarrus. Und Kanan verliebt sich auch in Hera und die beiden lieben sich und zeugen dann eben auch diesen Jason Syndulla, den man ja auch hier in Ahsoka zweimal sieht. Ja, das vernachlässigte Kind. Ja, allerdings. Was passiert noch? Er erblindet im Laufe von Rebels und irgendwann wird auch Hera gefangen genommen und dann rettet er sie und er steht auf diesem Dach, wo dann sich eine Explosion ereignet und es droht die Ghost, also das Schiff zu zerstören. Und er bleibt aber zurück und hält die Flammen mit der Macht zurück, während das Schiff davonfliegen kann und opfert sich, ja, um seine Frau und sein Kind quasi zu retten. Also er ist definitiv gone. Er ist, ich würde sagen, definitiv gone, ja. Also das würde auch, das wäre auch dramatisch echt weak, wenn sie den in irgendeiner Form doch nochmal aus dem Hütchen zockt. Gut, man kann ja vielleicht eine Rückblende machen, wenn er halt so beliebt ist. Zwischen den Welten regelt alles. Ja gut, ich frage, ob da alle hinkommen, ne? Ja, absolut, absolut, wer weiß. Aber ja, ich fand es auch sehr cool, dass Ezra das quasi so ein Zwillingsschwert von seinem Meister nachbaut. Ja, es war auch, auch wenn ich es nicht gesehen habe, irgendwie so ein schöner Moment von wegen, weil du denkst ja so, boah, die beiden keifen sich ja so ein bisschen an gerade, aber es ist eigentlich so, der Beginn, ihm eine Botschaft zu vermitteln und zu sagen, hey, hier, ich habe davon zwei, das andere hatte deinen Meister und du bekommst das andere. Das war ein schöner Moment. Ja, das ist eh so ein Rebels-Ding, gerade Canans Lichtschwert ist so sehr dünn und schmal und hier wird das ja auch einmal kurz gesagt, der Klingen-Emitter ist zu schmal. Also ich glaube, auch das ist so ein Kommentar von Dave Filoni auf all diese Anmerkungen, dass die Lichtschwerter in Rebels zu dünn und zu schmal sind. Ja, aber es ist ja dann, was er baut, ist ein reguläres blaues Lichtschwert. Aber ja, aber lass uns mal zu den Night Troopern kommen, den Star Wars Zombies. Auch Marrock war ja so eine Schöpfung und ich finde, das geht so sehr in die Richtung von frühem Zombie-Film. Also irgendwann in den 60ern kam ja George A. Romero daher, der Vater der Zombies und der hat daraus so ein sehr wissenschaftliches Ding gemacht. Heute verknüpft man ja mit Zombies gerne mal den Zombie-Virus, also irgendwie mal ein Virus oder ein Bakterium oder ein Pilz. Genau, ja genau, heute ist ja modern. Voodoo wäre dann sowas. Voodoo Oldschool wäre jetzt wieder sowas in die Richtung. Ja, und das geht halt voll in die Richtung. Ja, wir haben eben schon gesagt, Talzin hat schon mal eine untoten Armee in den Kampf geschickt gegen General Grievous. Es gab in Clone Wars aber auch diese Hirnwürmer, die gionosianischen Zombies, also auch da wurden Tote quasi quasi wieder zum Leben erweckt. In Jedi Fallen Order nutzt Meryn auch mal Magie, um Leichen wiederzubeleben. Also es gibt schon Star Wars Zombies, kam schon oft vor, aber noch viel interessanter ist ein Buch aus den Legends namens Death Troopers. Also diese Death Trooper, ich meine es gibt Dark Trooper, es gibt Night Trooper, es gibt Death Trooper, es gibt Death Trooper. Super Trooper, ja. Super Trooper. Die darf man jetzt nicht mit anderen Death Troopern verwechseln. Im Buch Death Trooper geht's wirklich. Also da geht's eigentlich um die Insassen eines imperialen Gefangenentransporters, die stoßen auf einen gestrandeten Sternzerstörer und gehen darauf und finden darauf Stormtrooper-Zombies. Die Sith haben nämlich vor Jahrtausenden schon experimentiert damit, einen Virus zu erschaffen, der Tote wieder zum Leben erweckt. Also die wollten damit eigentlich Unsterblichkeit erlangen. Und Darth Vader hat dann an diesem Virus weiterforschen lassen, nämlich auf diesem Sternzerstörer. Und das Projekt ist schiefgegangen. Bio-Waffen-Projekt I71A, auch genannt Schwarzrotte. Wir haben schon mal, Lenny hat halt schon mal, ich kannte das auch so, ich konnte das direkt auch einorten, ich hab das Buch selber nie gelesen. Lenny hat das gelesen und liebt das und erzählt mir immer wieder davon und deswegen kenne ich das. Auch interessant, in so klassischen Zombie-Geschichten sind ja Zombies, sag ich mal schon, Individuen. Und anscheinend ist es jetzt bei dieser Schwarzrotte, so bei diesem Virus, dass die ein Kollektivbewusstsein haben. Und das ist ja, das bringt ja so ein bisschen Star Trek ein bisschen mit rein, wo die Borg auch so ein Kollektivbewusstsein haben. Und hier sind es halt so Untote. Ja. Genau. Und es gab halt, das nicht nur in Virusform, sondern die Sith hatten auch einen Zauber. Mhm. Und das war Dothgar Grausch und der Zauber hieß, oh Gott, Saivionka Hoyakut. Spannend. Okay, das ist ein uralter Zauber, mit dem der halt auch schon Untote beschworen konnte. Also interessant auch, dass Sith halt auch Magie benutzen. Ja. Ich hab ja noch versprochen, kurz über das Thema Ronin zu reden. Mit dem Wort Ronin hat Dave Filoni die Samurai-Filmanspielung wirklich auf die Spitze getrieben. Ja. Ich hab's nochmal genau nachgeschlagen. Also Ronin, ja, du hast es eben schon gesagt, das sind herrenlose Samurai. Zwischen dem 12. und 19. Jahrhundert in Japan, also über eine sehr lange Zeitspanne auch. Ronin wurde man, wenn man von seinem Herren verstoßen wurde, wenn der Herr verstarb oder wenn man aus welchen Gründen auch immer von seinem And enthoben wurde. Und diese Ronins reisten dann umher und hatten oft Schwierigkeiten, eine neue Anstellung zu finden. Und deswegen wurden viele von ihnen auch Bettler oder Banditen oder auch Söldner. Ich find, da gibt's sehr große Parallelen zu den Heckenrittern in Europa. Da ist es ja auch ähnlich. Ja, so Ronin erkannte man auch daran, die hatten ganz andere Frisuren, wildere Haare, weil so Samurai haben die gerne sehr streng getragen. Und auch die Stirn ganz weit hochrasiert. Man kennt ja diese berühmte Samurai-Frisur, das hatten die Ronin eher nicht. Und Ahsoka hier so ganz offen als Ronin zu bezeichnen, ist natürlich krass. Star Wars hat ja eh ganz, ganz viele Einflüsse von Samurai-Filmen und japanischen Filmen. Und Dave Filoni, der ja quasi George Lucas Jr. ist, der treibt das hier natürlich nochmal auf die Spitze. Ja, auch in den Kämpfen, wie sie inszeniert sind, hast du ja auch schon gesagt, dass das alles sehr Samurai-lastig ist. Sehr. Ich find, das sind auch die Stärken hier. Auf jeden Fall, ja. Die Elemente, die sehr viel stärker in die Serie reinbringen können. Das, also das muss ich auch ganz offen sagen, gerade so diese Lichtschwertkämpfe und wie Samurai-artig die inszeniert sind, das liebe ich an Ahsoka. Ich find die Kämpfe extrem stark. Es gibt viele, die mehr so, ich hab ganze Videos gesehen, in denen sie die Kämpfe mit den Lichtschwertkämpfen aus Clone Wars und so weiter verglichen haben, wo die Leute halt wirklich umhertanzen und springen und viel schneller sind. Ich bin gar kein Fan davon. Ich mag das viel mehr so, wie das hier ist. Es hat viel mehr Gewicht. Ja, genau. Ein bisschen geärderter Kampf. Ja, total. Das stimmt schon. So, aber für mich die größte versteckte Botschaft, und das ist halt auch wirklich super wichtig, sind die Götter von Mortis. Das sind diese Statuen, auf denen Bael entsteht. Das ist vor allem aus Clone Wars. Das ist, sorry, falls das jetzt nicht, ich erzähl das gerne nochmal nach, aber falls das nicht hundertprozentig genauso. Ich hab jetzt die drei Folgen, in denen das passiert, nicht nochmal geguckt, aber mich nochmal eingelesen. Das ist eine der weirderen, aber auch spannendsten Geschichten aus Clone Wars, wie ich finde. Mortis ist nämlich so ein super mystischer Planet, der genau wie die Welt zwischen Welten, so ein bisschen außerhalb von Raum und Zeit existiert. Anakin, Obi-Wan und Ahsoka, also die drei, reisen nach Mortis, weil sie da ein antikes Jedi-Signal aufgreifen. In Wahrheit hat aber ein Gott von Mortis dieses Signal ausgesendet, um Anakin zu rufen, um herauszufinden, ob er wirklich der Auserwählte ist. Der Planet wird von der Macht kontrolliert und manche glauben sogar, dass die Macht sogar von hier stammt. Also das ist so eine Theorie. Auf Mortis leben nämlich die sogenannten Machtwächter, die einen, die Wächter der Macht. Das sind drei unglaublich mächtige Wesen, Götter könnte man sagen, was die Macht angeht. Also ich sag das immer so, daher Götter. Diese drei heißen der Vater, die Tochter und der Sohn sind wahrscheinlich uralte Wesen, so ein bisschen wie die Dreifaltigkeit. Die repräsentieren nämlich die verschiedenen Aspekte der Macht. Also der Sohn repräsentiert die dunkle Seite der Macht, die Tochter die helle und der Vater die Balance zwischen der Macht. Aber der Sohn und die Tochter, die lieben sich auch. Die sind jetzt nicht unbedingt verfeindet oder verhastet. Achso, aber nicht so Game of Thrones mäßig. Nicht Game of Thrones mäßig, nein. Die Tochter kann sich auch in einen Greif verwandeln, der Sohn in so einen fliegenden Gargoyle-Wasserspeicher. Wieder so ein bisschen griechische Mythologie. Auf jeden Fall, 100 Prozent. Und ja, der Vater plant eigentlich, dass Anakin seinen Platz einnimmt. Aber Anakin will das nicht so ganz. Es kommt auf jeden Fall zum Streit. Der Sohn wird irgendwann auch machthungrig und wird immer mächtiger und will über die Galaxis herrschen mit Anakin. Und dann zeigt Anakin sogar kurz die Zukunft als Darth Vader. Also, dass er mal Darth Vader sein wird und ein Sith sein wird. Der Vater nimmt Anakin diese Erinnerung aber wieder. Das ist trotzdem aber eine sehr interessante Szene. Der Sohn tötet sogar Ahsoka. Das passiert wirklich. Ich glaube, im Laufe ihres Lebens stirbt Ahsoka irgendwie dreimal oder so. Beim Versuch, seinen Vater zu töten, tötet der Sohn aber aus Versehen seine Schwester und verliert dabei seine gesamte Macht. Und kurz vor ihrem Tod schafft es Anakin, glaube ich, sogar irgendwie den Lebensgeist von der Tochter in Ahsoka zu transportieren, zu transferieren und rettet sie dadurch. Es sind wirklich drei sehr wilde Folgen, das stimmt auch. Letzten Endes tötet sich der Vater selbst, um seinen Sohn zu stoppen, damit Anakin die Macht ins Gleichgewicht bringen kann. Anakin tötet dann den Sohn und es ist natürlich eine sehr poetische Geschichte. Irgendwo repräsentieren der Sohn und die Tochter ja auch Anakin und Ahsoka. Und jetzt könnte man fragen, okay, interessante Trippelfolge, aber warum sieht man diese Götter jetzt da auf Peridia unter Bael and Skull? Das ist eine gute Frage. Also es wird sicherlich kein Zufall sein. Spannend ist auf jeden Fall, dass Bael and Skull da bei den Statuen steht. Man sieht drei Statuen, den Vater und den Sohn. Und die dritte Statue, die halt wahrscheinlich die Tochter sein soll, diese Statue ist zerstört. Aber, jetzt kommen wir nämlich zu dieser Eule. Die Tochter ist dann in Form von dieser Eule bei Ahsoka. Also erstmal, die Eule, es gibt in den Animationsserien, hat Ahsoka immer diese Eule als Begleiter. Das ist ein sogenannter Convor, eine Star-Wars-Eule. Und hat halt auch einen Namen, nämlich Morai. Und man vermutet, dass Morai vielleicht die Tochter ist oder eine Begleiterin der Tochter. Also Morai, diese Eule, könnte halt auch durch die Welt zwischen den Welten gereist sein. Vielleicht ist die Eule ja das Symbol für Ahsoka. Du hast sie eben in diesem spirituellen Aspekt genannt. Vielleicht ist es ja genau das Zeichen für Ahsoka, dass sie da halt genau richtig ist. Ja, es gibt in den Legends auch übrigens auch noch eine Mutter. Das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Aber auch, das will ich jetzt hier gar nicht aufreißen. Aber also in irgendeiner Form nehme ich an, dass es um die einen, um die Machtwächter gehen wird. Er blickt ja dann in die Ferne. Und man sieht ja sowas aufleuchten. Erst habe ich gedacht, ist es der zerstörte Tempel? Nee, ist es nicht. Es leuchtet ja zu krass. Es ist Sauron. Aber irgendwas ist ja da. Und das auch ein bisschen wegzugreifen. Was wird mit diesem Plot passieren? Der Darsteller ist ja leider verstorben. Was werden sie tun? Was werden sie tun? Und ich finde, das ist für mich eine der spannendsten Fragen. Finn Harty hat zwei so wundervolle, berührende Posts gemacht, unter denen der gesamte Cast auch geantwortet hat. Es ist so traurig, dass Ray Stevenson von uns gegangen ist. Balin Skull ist für mich einer der absoluten Highlights dieser ... Weil auch er grau ist. Er ist ja grau, er statt halt so einfach nur stumpfböse. Schwarz-Weiß, ja. Und super interessant. Okay, wie hat uns das gefallen? Erzähl. Ich fand es von der Inszenierung ganz cool. Ich habe mir ein paar Fragen gestellt. Wieso wird das Auge von Sion nicht im All angedockt? Warum fliegt der Sternzer ständig hoch und dockt da an? Weil Bodenangriffe ja dann das abhauen. Dass das oben andockt, das habe ich mich gefragt. Plot-Armor fand ich ganz furchtbar. Also Sternzerstörer, das muss man auch mal kurz sagen. In der Original-Trilogie haben wir gesagt, oh Gott, Sternzerstörer, absolute Bedrohung. Und die verkacken es die ganze Zeit. Sternzerstörer rammen sich irgendwie da gegenseitig, stürzen ab oder sonst irgendwas. Ich möchte mal irgendwo was sehen, wo Sternzerstörer wirklich eine krasse Bedrohung sind. Hier auch. Die schießen mit ihren fetten Geschützen auf diese Pferderatten. Und die haben ja einen Weg. Du hast ja ein bestimmtes Fenster, wo die hinreiten können. Schieß da hin. Also das fand ich schlecht, das fand ich doof. Aber insgesamt habe ich der Folge tatsächlich sieben von zehn Punkten gegeben. Also ein bisschen besser als die davor. Weil es halt so ein bisschen Vorweis geht. Und es hatte echt schöne Bilder, wenn der Sternzerstörer vor Datum hier auftaucht. Es ist superschön inszeniert. Die Geräusche der Untoten fand ich richtig geil. Das Geräusch des Schwärts, wie gesagt, fand ich mega. Das Sounddesign war toll. Ja, aber Plot-Armor. Und das mit der Macht fand ich ein bisschen langweilig. Ja, man hat so ein bisschen was aus den rausgefundenen. Und die Mütter und Thrawn machen ihr eigenes Ding. Und die gute Else ist einfach nur so ein Bauernopfer. Weil so, ja, du wirst befördert. Wir finden dich alle ganz cool. Ich glaube nämlich nicht, dass die gesagt haben, wir machen das, weil du ganz cool bist. Sondern wir brauchen jemanden, der Power hat und sich hier opfert für uns. Weil darum geht es hier auch so. Ja, ja, alle opfern sich für uns. Fürs Imperium. Ja, ja, ja. Und Thrawn versucht ja auch, das so offen zu halten. So von wegen, ne? Ja, fürs Imperium. Nicht für mich, fürs Imperium. Ja, genau. Ja, aber inszenatorisch. Ich bin eh ein großer Fan dieser Lichtschwertkämpfe in dieser Serie. Und gerade dieses Rematch zwischen Ahsoka und Morgan ist meiner Meinung nach so cool. Ich finde, man muss auch mal Morgan Elsbeth loben. Die Schauspielerin, Diana Lee Innocento heißt sie, ist eh eine sehr bekannte Stuntfrau. Und Funfact, Bruce Lee war ihr Partner im Kiel. Ach, krass. Kleiner Funfact. Aber ja, auch dass Ezra diesen Funksprich als Stormtrooper annimmt, das fand ich so typisch Rebels, so typisch Ezra. Aber auch Callback zu Han Solo. Ja. So, hier sei es in Ordnung, hier sei es in Ordnung. Ja, klar. Aber das ist halt Star Wars und das passt. Ich finde aber trotzdem, das Ende lässt noch sehr viel offen. Ich hab Bock auf Staffel 2. Lass uns doch mal die gesamte Serie bewerten. Ich würd mal vorstellen, wir machen so ein Was hat uns gefallen? Was hat uns nicht gefallen? Was haben wir nicht verstanden? Ja. Und geben dann eine Punktzahl für die gesamte Serie und ordnen sie vielleicht noch ein. Ja. Was mir sehr gut gefallen hat, ist im Allgemeinen das Casting. Alle Figuren sind extrem gut gecastet. Ähm, ich find Ezra Bridger großartig. Klar, die Kontaktlinsen, die blauen Augen sind so ein bisschen, äh, äh, sehen ein bisschen weird aus. Aber trotzdem Riesenkompliment an Essmann Esfandi. Ich find auch Großadmiral Thrawn super gecastet. Ich liebe, aber auch schon in Endor, ich liebe Genevieve O'Reilly. Das ist die neue Mon Motma-Darstellerin. Super. Ich find die einfach großartig. Sie hat, äh, Carolyn Blackiston hieß die Mon Motma in den, in den, in den Filmen. Also vor allem in Return of the Jedi. Ähm, ich find Genevieve O'Reilly macht das absolut fantastisch. Morgan Elsbeth ist großartig in ihrer Rolle. Also, ähm, hier, ähm, Diana Lee, Innocento. Genauso Shin Hardy mag ich sehr. Ich liebe die Figur Balen Skull. Ich mag die Lichtschwertkämpfe. Ähm, es sieht aus wie Star Wars. Die visuellen Effekte sind, find ich, hier sehr, sehr gelungen. Es ist kein, auch kein alberner Quatsch wie die bunten Speeder in Boba Fett. Die Vespas, die Star Wars Vespas. Allein dieser EVA von Ahsoka, als sie auf das Schiff steigt und da draußen kämpft, das hat mich so, ach, oder auch die Bilder in Episode 5. Also, ich fand visuell hat die Serie sehr gelungen. Äh, sie hatte sehr emotionale Momente. Es war grade was für Fans von Rebels. Ich mein, man kann argumentieren, dass die Farben so sehr viel geerdeter sind und nicht so bunt wie Rebels im Clone Wars. Ahsoka geht schon in eine andere Richtung. Ähm, es ist deutlich erwachsener. Aber ich mag das. Ich mag diesen Look. Ich find, die, äh, Folge hat Highlights in Folge 5 und 6. Ähm, aber auch eben ganz viele großartige Star Wars Momente. Also, diese Serie hat schon viel Gutes auch, find ich. Wie siehst du das? Ich find auch den Look super, Sounddesign super. Es war sehr viel Star Wars Feeling. Ähm, ähm, Lord Balin fand ich den interessantesten Charakter der ganzen Serie. Ich fand die Death Trooper ganz cool. Auch wenn's am Ende da nur depperte Sturmtruppen waren. Aber es hat einen coolen neuen Aspekt. Ein bisschen, was du glaubst. Aber untote depperte Sturmtruppen. Es hatte, es hatte, ähm, es ist auf einem guten Weg. Ähm, das aber gleich noch zum Nachteil vielleicht. Ähm, was ein Nachteil dieser Serie sein kann. Am ansonsten, äh, ich hab was anderes erwartet, hab was anderes bekommen. Ähm, aber dennoch hat mich gerade in den letzten drei Folgen gut unterhalten fühlt. Ja. Ja. Aber kommen wir zu den Sachen, die mir persönlich oder die uns nicht gefallen haben. Ich würde zum Beispiel sagen, dass die Serie durchaus keinen starken Start hatte. Also, die Suche nach der Karte fand ich, fand ich so ein bisschen, also dieses Kugelrätsel fand ich albern. Ähm, ich find auch, dass die dramatische Fallhöhe einfach ein bisschen zu niedrig ist teilweise. Also, zum Beispiel, die beiden X-Wing-Piloten, die da gestorben sind, die werden kein einziges Mal aufgeruhe, äh, nochmal irgendwie angesprochen. Äh, es ist nicht ein Noti gestorben in der gesamten Schlacht. Ähm, Sabine wird von einem Lichtschwert durchbohrt, durch den Bauch und ist eine Folge später schon wieder am rumhüpfen. Also, das ist alles so, der Plot-Armor ist einfach, das ist ein ganz, ganz schwerer Fall von Plot-Armor, finde ich, in vielen, äh, Stellen. Und ich bin eigentlich niemand, der Plot-Armor, Plot-Armor ruft bei, äh, vielen, bei anderen Serien und Filmen. Ähm, aber hier ist mir das im Writing wirklich negativ aufgefallen. Ich bin auch kein großer Fan von Sabine und dem hölzernen Schauspiel hier. Ich find auch, Rosarian Dawson wirkt so ein bisschen blutleer in dieser Serie. Da fand ich sie in The Mandalorian irgendwie deutlich überzeugender. Äh, die Dialoge sind selten, finde ich, irgendwie, haben Subtext oder sind irgendwie komplex. Das sind mir auch manchmal einfach nicht mitreißend genug. Ich finde auch, und das ist so ein ganz großer Kritikpunkt von mir, man kann die Komplexität einer Serie auch ein bisschen daran ausmachen, wie viele Storylines sie hat. Wie viele Erzählstränge gleichzeitig stattfinden. Weil das hat in den letzten Jahrzehnten im Fernsehen stattgefunden, dass Serien gerade so mit Sopranos und so komplexer wurden. Und das wird daran festgemacht, wie viele Storylines sich dann so ineinander verknüpfen. Und mir hat diese Serie ein bisschen, das hatte das auch bei anderen Star-Wars-Serien das Gefühl, zu wenig Fleisch. Also es gibt zu wenig, was irgendwie parallel passiert und ineinander spielt. Und das ist wirklich ein Problem von mir. Dadurch hätten die Folgen auch, wären die ein bisschen länger geworden und hätten einfach so ein bisschen mehr Substanz gehabt. Ich glaube, die Serie wirkt halt auch ganz anders, wenn man sie in einem Rutsch guckt. Und wie gesagt, ich habe mich auch ganz oft daran gestört, dass Franz Genie eben nur behauptet wird und nicht wirklich durchscheint. Und da ist, wie schnell Sabine den Umgang mit der Macht erlernt, ist ziemlich absurd. So allgemein, was Dave Filoni hier mit der Macht macht. Und wie gesagt, ich habe mir auch mehr davon erhofft, dass sie in eine andere Galaxie reisen. Ich habe durchaus auch wirklich sehr viele Kritikpunkte, gerade am Writing von Dave Filoni, die Dialoge weniger. Ich mag, wie ich es eben gesagt habe, ich mag die Ideen von Dave Filoni, ich stehe aber nicht auf die Ausführung. Wie ist es bei dir? Also generell ist es natürlich ein krasser Fanservice für die Clone Wars Fans. Also da hätte ich mir für alle anderen einen leichteren Einstieg gewünscht. Generell hätte ich mir mehr Ahsoka gewünscht. Also klar, es gibt diese Folgen mit Anakin, alles cool, aber generell so ein bisschen mehr an ihrem Innenleben, noch ein bisschen mehr teilzunehmen. Ich habe das Gefühl, es fokussiert sich doch sehr auf Sabine, was sie so macht. Generell Charaktere für Nicht-Kenner schwierig zu packen. Also auch bis zum Ende, I don't care about Sabine, ehrlich gesagt, die gibt mir gar nichts. Sie soll ja ganz toll sein, aber für mich ist sie einfach so eine, also auch ihr Kostüm, sie wirkt für mich sehr Cosplay. Gerade wenn sie mit ihren Blastern rumhantiert, das wirkt als so Cosplay und so unbeholfen teilweise. Man muss dazu sagen, auch in Rebels hat sie halt ein sehr buntes Outfit an, sie bemalt ständig alles und ist sehr künstlerisch aktiv. Aber alles andere, was so bunt ist, funktioniert, es wirkt alles organischer. Also es haben andere Serien auch besser gemacht, aber sie... Ich kann es aber nachvollziehen, dass man Sabine nicht mag, wenn man halt Rebels nicht gesehen hat. Was du gesagt hast, dass sie diese Lichtschwert-Attacke überlebt und dann tötet sie in einer der nächsten Folgen einen untoten Stormtrooper mit der gleichen Stichart. Oder so ein Raider auch. Die Storyline auch, was du auch schon gesagt hast, mir passiert viel zu wenig. Klar, die große Sache mit Thrawn ist da, aber hey, das ist das große Problem in diesen ganzen Star-Wars-Sachen. Es wird geteased, geteased, geteased auf große Sachen hin, wie jetzt auch das, was Balon da spürt und sowas. Wir wissen nichts, was da ist. Ich glaube wirklich mit so ein, zwei Erzählstrengen mehr innerhalb von Ahsoka, das hätte dem Ganzen mehr Substanz. Die hätten den viel früher trennen müssen von der Gruppe, dass der schon erforscht und das alles parallel läuft und wir mehr wissen für die nächste Staffel. Shinn war mir ein bisschen zu Pseudo-Böse. Ich hoffe, dass sich noch ein bisschen mehr entwickelt. Da ist auf jeden Fall Potenzial drin. Deutsche Synchro fand ich, ich habe mir sowohl Englisch als auch Deutsch angeguckt, fand ich an vielen Stellen mega schwach. Thrawn wird zwar gesprochen von der gleichen Stimme, die auch Thrawn in den Hörspielen schon ist, aber ein paar andere Rollen, Sabine und sowas, hat mich nicht überzeugt. Vielleicht auch wieder so eine Sache von, wir müssen das jetzt schnell synchronisieren. Das ist ja bei vielen Serien so. Und die andere Galaxie hätte keine andere Galaxie sein müssen, ganz ehrlich nicht. Und Sturmtruppen, dumm wie eh und je, fand ich nicht. Aber das ist Star Wars, das muss es eigentlich sein. Aber so dumm? Also ich hatte nie das Gefühl, dass hier irgendwer, also die überleben alle. Das war mir von Anfang irgendwie klar, als sie alle zusammen waren, aus der Gruppe stirbt hier niemand. Niemals. Das fand ich schade. Ja. Okay, wie viele Punkte von 0 bis 10 würdest du dieser Serie geben? Mit dem schwachen Start und so was, ich glaube ich bin bei 6 von 10. 6 von 10? Ja. Bin ich eigentlich auch. Ich finde auch, schwacher Start, nicht das beste Ende zwischendurch, aber einige wirkliche Star Wars Highlights. Ich möchte aber mit gutem Willen, auch weil ich Rebels wirklich sehr, sehr mag, ich gebe 7. Also warum jetzt Rebels in die Bewertung hiermit einfließt, ist natürlich noch eine andere Frage. Aber das klappt, glaube ich, auch ohne halt nicht so ganz. Die Sache ist aber, alles, was jetzt offen bleibt, die Götter von Mortis, Balins Plan, was genau jetzt wirklich in der Fracht ist, all das ist schon noch sehr interessant. Ich bin schon noch sehr gespannt darauf, was da in Staffel 2 passiert. Ich freue mich sehr auf sie. Ich hoffe, dass dann auch Ahsoka wieder ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht. Ich würde sagen, das ist mein Ranking der Serien. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Gehen wir mal vom letzten Platz zum ersten. Boba Fett, Staffel 1. Kann ich unterschreiben. Ist die schlechteste. The Mandalorian, Staffel 3. Ich bin auch kein Fan von Staffel 3. Dann kommt Kenobi, Staffel 1. Boah, ich würde sogar Kenobi noch, finde ich schlechter als Mandalorian. Als Mandalorian? Nee, bei mir ist sie noch drüber. Aber okay. Ahsoka, Staffel 1, ist dann bei mir im perfekten Mittelfeld, also wirklich in der Mitte. Weil dann für mich Mandalorian, Staffel 2 und dann Staffel 1 kommen. Die finde ich noch besser als Ahsoka, muss ich ehrlich sein. Und ganz oben an der Spitze ist für mich Andor. Ja, kann ich genauso unterschreiben. Bei dir ist sie genauso. Ja, das sehe ich wirklich genauso. Ja, außer Kenobi. Kenobi hat mich einfach zu sehr enttäuscht. Hatte richtig geile Momente, aber auch dann so worst Momente, dass ich es einfach wütend gemacht habe beim Gucken. Und hier bin ich nicht wütend geworden. Das wäre alles gut. Absolut. Eine Sache will ich jetzt aber schon noch sagen. Ich finde das, was wir hier bekommen haben, hier in Ahsoka, trotzdem noch, und das sollte mal klipp und klar gesagt werden, tausendmal besser als das, was die letzten Jedi und Aufstieg Skywalker, der Aufstieg von Skywalker ist, das ist tausendmal besser als die Sequels. Hier hat man so ein bisschen die Ahnung, dass man vielleicht eine Idee hat, was passiert. Also, dass die Leute hinter den Kulissen wissen, was sie tun. Das ich bei den letzten beiden Star Wars Filmen nicht hatte. Gerade dieser, auch dieser, dieser Elmbudenschlag von Dave Filoni gegen der Aufstieg Skywalkers mit dem Somehow Palpatine Returned. Ja. Ja, das ist auch, da merkt man, also ich, ich hätte lieber diese Geschichte, alles, was hier passiert, als Sequel gehabt, als das, was wir in den Sequels bekommen haben. Das ist ja auch ein Meme, so von wegen, wieso hat Dave Filoni einfach eine ganze Serie drüber gemacht, wie Thrawn zurückkehrt, warum hat er nicht einfach gesagt, Somehow Thrawn Returned. Und dann ist er einfach wieder da. Genau. Hätte genau so passieren können. Also, tatsächlich hätte es ja tatsächlich passieren können, dass die beiden, beziehungsweise dass sein Sternzerstörer so in der Galaxis auftaucht. Also, what the fuck? Hätte auch sein können, ne? Aber wir haben es so bekommen. Ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und Zugucken dieser Folgenbesprechung zu Ahsoka. Boah, es hat so viel in dieser Folge gesteckt. Ich hoffe, das wirkte nicht zu gerusht, zu wirr, weil es passiert einfach so viel, wir mussten uns ranhalten, wir wollten hier den Rahmen nicht sprengen, das hätte auch eine dreistündige Folgenbesprechung werden können, aber das klappte auch einfach nicht. Ich hab auch gestern wirklich bis nachts noch da gesessen und ich glaub, ich geh hier nach auch heim und leg mich erstmal hin, weil das war wirklich, es hat wirklich, das war ein wilder Ritt. Vielen Dank, abonniert Cinema Strikes Back, wenn euch das Spaß gemacht hat, bewertet uns auch, also das gibt's ja hier auch immer auf Spotify zu hören, also da könnt ihr auch uns positiv bewerten, das würde uns sehr freuen. Ähm, ja, checkt auf jeden Fall mal den Funk-Kanal Was kostet die Welt aus, da geht's um die Frage, warum Birkenstocks plötzlich so teuer sind, oder checkt unbedingt Jonas sehr ausführliches Video zu Großadmiral Thrawn aus, ähm, ja, viel Spaß dabei, möge die Macht mit euch sein und bis zum nächsten Mal. Ciao.